Und damit Moin Moin und ganz herzlich Willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Heute hoffentlich mit dem ein oder anderen Zeitsprung in Richtung unserer Aufträge. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, ein bisschen näher an die großen Ereignisse ranzugehen, also an die Duna-Mission und an den Asteroidenscanner, um entsprechend die Kohle einzusacken und natürlich auch unsere Duna-Strategie, dort mit Probes zu landen, dann tatsächlich erfüllen zu können. So, sehr schön. Bevor wir damit loslegen, hätte ich aber gesagt, sagen wir doch erstmal Hallo in Richtung derer, die hier sind, und das wären da ganz konkret der Micky, Hi, Crazy, New Steady, Neo Kerman, wer ist noch schon da? Der Yu-Jungs ist schon da und Explodot ist schon da und da haben wir die nächste Nummer 1, den nächsten Founder enttarnt, der Tensei Prime und Etienne und Iron Thomas und Kales und Ramherz und Damon und Ugo und alle, die sonst noch da sind und im Lurk rumhängen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie gesagt, heute sollten wir eigentlich relativ gut vorbereitet sein, um den einen oder anderen Zeitsprung zu machen. So groß sind die Zeitsprünge auch nicht, also der erste wäre auf dem Zwischenmanöver der Duna-Mission, das müsste eine Kurskorrektur sein, meine ich. Dann kommt ein Sprung in Richtung der Kerbin Space Station, da ist einmal das Labor dann voll und den Asteroidenscanner in 63 Tagen, den sollten wir auch noch kriegen, denn, jetzt gehe ich mal hier rein und zeige euch, warum ich der Meinung bin, dass wir das uns gerade leisten können, zeitlich gesehen. Wir haben nämlich eigentlich mit allem, was im Weltall ist, im Moment genug Zeitpuffer. Hier sind 200 Tage Supplies und Indefinite Hab, hier sind ein Jahr und 279 Tage Supplies und auch überall noch Habitation für über 200 Tage, sodass wir einen ganz guten Zeitsprung machen können, um vorwärts zu kommen. Was? Liebesgrüße aus dem Weltall, das ist wie immer eine Referenz, wenn mir gerade nichts Spannendes für das, was heute passiert, einfällt, habe ich eine gewisse Tendenz, James Bond Filmtitel umzuformulieren. Jeder hat seine Probleme, jeder hat seine Probleme. So und nachdem das kurz erläutert worden ist, mach das mal aus, Dankeschön, ein ganz liebes, jetzt wird es verwirrend, also ein ganz liebes Dankeschön an Hugo, den langen Hugo und dann den Unguo, die man natürlich nicht miteinander verwechseln sollte, denn der eine hat gerade die 12 Monate vollgemacht und darf sich gerne melden, wenn er eine goldene Rakete haben will und der andere aus einem kleinen Land voller lilaner Kühe, in dem sehr viel Schokolade hergestellt wird, hat die 18 Monate vollgemacht. Vielen lieben Dank an euch beide natürlich für den Resub und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, long story short, wir gucken jetzt mal ganz kurz, Duna Mission müsste nämlich hier so eine Art Zwischenmanöver haben, das ist korrekt. Genau, Feuerball wäre sehr viel schlechter für das Raumfahrtprogramm, sehr sehr viel schlechter potenziell. Wobei eine Delta 4 ja auch immer, eine Delta 4 Heavy auch immer in der, in der Feuerball Variante startet. Also wir haben hier ein Zwischenmanöver, da müssen wir ein bisschen was machen, um nach Duna zu kommen. Dann haben wir noch einiges an Zeit, glaube ich, 190 Tage, das ist auch gar nicht so wild, aber dann machen wir einen Sprung dahin. Ich denke, wir machen dann auch noch den Sprung für den Asteroidenscanner. Da müssen wir mal gucken. Der macht dann, glaube ich, den Burn runter auf den Orbit. Also theoretisch müssten wir damit in 63 Tagen den korrekten Orbit einnehmen und beginnen können, nach Asteroiden zu scannen, was ja unser eigentlicher Auftrag ist. Und der Yule Explorer hat auch noch einen Zwischenmanöver, denke ich mal, irgendwo auf dem Weg. Ja. Inner zwei Tagen. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Das heißt, wir werden als erstes hier hinspringen und uns, oh ne, wir werden als erstes in Mission Control springen und gucken, ob es noch neue Aufträge für Duna gibt. Weil ich habe gerade ein paar Auftragsslots frei und wir wollen ja aus der Duna Mission maximal Kohle rausziehen. Orbital Survey of Duna. The following experiments must be returned or transmitted with some science value. If no science value is remaining, the results must be returned home. Material study data from high orbit above Duna. Okay. Okay. Ich habe mit Trill study habe ich mit. Magnetometer scan from low orbit above Duna. Magnetometer müsste ich auch mit haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eins mit habe. Sicken scan habe ich ganz sicher nicht mit. Das ist das ganz große Teil, glaube ich. Aber zwei. Zwei von drei. Zwei muss ich haben. Ich glaube, die nehme ich noch mit an. Tufus, vielen lieben Dank für die lieben Grüße vom Krampfgarten. Wenn du bei ihrem Chat rumhängst, grüß ganz lieb zurück. Build in your orbit the station around members. Weil wir ja noch keine haben. Weil wir ja noch keine haben. Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit noch, um Aufträge zu geiern. Also wir haben jetzt fünf von sieben aktiv. Viel Duna-Kram. Viel, viel Duna-Kram. Wir müssen aufpassen, dass wir, wenn der Flyby erreicht ist, unbedingt daran denken, dass wir den nächsten Auftrag annehmen. Ich befürchte, dass das nur so ein Orbit-Ding wird. Schwierig. Ich befürchte, dass wir dadurch dann nicht den Landing nochmal parallel machen. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Hätten wir eigentlich erst Flybyen sollen. Mal sehen. Mal sehen, wie wir damit umgehen, auftragstechnisch. Aber ich glaube, der Duna-Probes mit seinen Bonis ist wahrscheinlich wichtiger für uns. So, und wir werden heute versuchen, das zu machen und hier Fortschritt zu machen. Mal gucken, wie das funktioniert. Mal gucken, wie das so funktioniert. Gut. Ähm. Ja. Lasst uns zu Duna-Mission springen. Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum ich im Moment keine Rescue-Verträge bekomme. Weil das Ding hier am Limit ist. Ähm. Huch. Das nicht. Nicht die Flagpole, den Astronaut-Komplex. Ich würde, ich habe zwar die Kohle prinzipiell. Ich würde jetzt aber noch nicht upgraden. Ähm. Sondern ich will erst mal gucken. Ich will jetzt wirklich fokussiert durchgehen. Ich hoffe, alle, die auf der Kerbel-Wartelist, die sich jetzt schon eingereiht haben, haben dafür Verständnis, dass wir einmal dieses Upgrade hier machen. Ähm. Und dafür jetzt wirklich die Kohle zusammensparen mit unseren Aufträgen. Wir sind auf einem guten Weg. Das wird richtig Kohle bringen. Das wird, wenn es funktioniert, auch richtig Kohle bringen. Knapp eine Mille insgesamt. Ähm. Sodass wir danach dann uns um den Astronaut-Komplex kümmern müssen. Oder kümmern können. Das Problem ist hier halt einfach, ich brauche, um jetzt mit Kolonisierung zu beginnen. Ihr seht, es staut sich schon ein bisschen langsam Wissenschaftspunkte auf. Also ich kann jetzt hier nach und nach die Sachen alle kaufen. Ähm. Wir müssen aber, ähm, wir müssen aber den Schritt, ähm, in die 500-Punkte-Plus-Kategorie machen, weil hier unten dann so langsam, ähm, das Kolonisierungszeug beginnt. Also hier ist es noch ein Fahrzeug erst mal. Aber da kommen wir jetzt langsam in den Bereich, ähm, wo Kolonien beginnen. Genau. Und damit wir da halt hin können, müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, ne? So, deshalb der Fokus jetzt erstmal aufs R&D. Okay, lasst uns mit der DUNA-Mission anfangen. Das wird unser erster Zeitsprung. Dann machen wir die Kerbin Space Station. Ähm, da liegt auch noch ganz gut Wissenschaft rum. Die können wir dann also auch wieder befüllen. Ähm, ich glaube tatsächlich, bis wir soweit sind, dass wir, ähm, dass wir das R&D-Center geupgradet haben, werden wir viel der Technologie bis 300 Punkte hoch tatsächlich erforscht haben. Ähm, ich bin da sehr zuversichtlich. Und jetzt können wir hier aber nochmal gucken. Ich meine, ich meine, ich habe einen Magnetometer dabei. Ich traue mich grad nicht, das aufzumachen. Ich traue mich grad nicht, das aufzumachen. Und ich werde es auch nicht aufmachen. So. So. Ähm. Noch ist es nicht soweit. Haben wir hier irgendwas zu tun, Science-mäßig? Uh. Vielleicht traue ich mich doch, das aufzumachen. Hier können wir ja richtig Wissenschaftspunkte nochmal eingeiern. Machen wir das? Das wäre aber eigentlich auch ein Thema für den Rückflug, ne? Ja, das Ding ist ja eigentlich Return Capable. Das wäre ein Thema für den Rückflug. Ich glaube, das heben wir uns auf für den Rückflug. Das, wir kommen hier nochmal lang. Space High over the Sun. Ich vergeude es jetzt noch nicht, weil lieber nehme ich die Punkte an Duna mit, falls ich die Instrumente dann dort brauche. Mh. Und Johann, völlig okay. Das wurde auch schon im, äh, ich wiederhole das auch gerne nochmal. Das wurde auch schon im Chat, im Chat geschrieben. Ähm, weil es ein cooles Spiel ist. Ähm, im Epic Game Store gibt es zurzeit Surviving Mars für umsonst. Ähm, also für kostenlos. Umsonst definitiv nicht. Ist ein sehr cooles Spiel. Ich habe es mir sogar für Geld gekauft. Zwar bei Steam, aber ich bin da nicht so. Ich werde von keinem von beiden bezahlt. Ähm, genau. Kostenloses Spiel. Hashtag zugreifen, 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 zugreifen. Was sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, ich hoffe, ich werde irgendwann mal wieder genug Zeit haben, um es endlich auch mal wieder spielen zu können. Da hat sich echt viel getan in dem Spiel. Aber selbst damals, als es released worden ist, war es schon richtig, richtig cool. Ähm, geht darum, wie der Name schon sagt, eine funktionierende Kolonie auf dem Mars aufzubauen. Ähm, sehr cooles Spiel. Auf jeden Fall, wenn ihr es kostenlos haben könnt und noch nicht habt. Ich kann es euch nur schwer empfehlen. Ich kann es euch nur schwer empfehlen. Und gerne, äh, Johann, wenn du magst, kannst du auch mal einen Link posten. Hol dir einfach bitte vorher ein Permit von den Mods. Das ist, äh, dann völlig in Ordnung in dem Falle. Ist ja nicht dein Verdienst. Also du kriegst ja keine Kohle dafür, das meine ich damit. Ist natürlich dein Verdienst, das zu erwähnen. Aber, äh, ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. So, dann machen wir das hier mal zu. Ah, da ist auch schon der Link. Vielen lieben Dank, Neo. So. Jutti, dann schauen wir mal. Eigentlich sollte unterwegs nichts Wildes passieren, weil die hier sind alle sowas von versorgt. Ähm, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Und wir können hier in aller Ruhe auf das Ding zuwoppen. Eigentlich müsste uns, genau, die Alarmglock rettet uns. So, und dann können wir nämlich hier zum Manöver gehen. Und den Ausgleich machen. Also ich erledige das Manöver, weil wir, also die Alarmglock, die habe ich jetzt gerade mal rausgelöscht. So, wir werden jetzt hier nur ganz wenig korrigieren müssen. Gucken uns das gleich an, Duna an, was das verändert. Ich gehe hier schon mal massiv mit dem Schub runter, dass wir uns nicht vertüdeln. So, noch haben wir einen Moment Zeit. Zack, zack. Und das Ganze schiebt halt unseren Vorbeiflug von sehr weit weg auf einen schönen Anflug in einen Duna-Orbit. Also es ist dann natürlich noch kein Orbit, aber wir haben da einen sehr schönen Treffer. Das heißt, wir werden das jetzt gleich schön gemütlich durchzünden. Und ich hoffe, er hat das jetzt sauber berechnet mit dem korrigierten Schub. Sieht aber ganz gut aus. Ja. Sehr schön. So, dann kommen wir da nämlich schön lang geflogen. Und da müssen wir mal gucken. Also in der Theorie, wenn alles perfekt läuft, muss ich drei Probes landen. Diese drei Probes kommen eigentlich klar mit all den Gegebenheiten. Und ich hätte eine Reserveprobe, die würde ich halt für Icke nehmen. Ich habe halt auch Icke-Aufträge. Fokus ist Duna auf jeden Fall, das zu erledigen. Die Duna-Landung. Aber sollte es im Zweifelsfall mit den ersten drei Probes glatt funktionieren, dann werden wir uns Icke gleich noch mitnehmen. Und das natürlich auch noch anschauen. So. Schönen guten Abend, Reign. Schönen guten Abend, Triumph. Und natürlich schönen guten Abend alle, die noch zwischendrin dazugekommen sind. Genau, wer bisher auf YouTube geguckt hat, der oder die ist ungefähr vier Folgen hinterher. Also so viel Gap ist es nicht. Die Verzögerungen sind ungefähr vier Wochen. Die Videos gibt es ja auch auf Twitch zum Nachgucken in der Videoplaylist. Sind alle richtig nummeriert, sind in der richtigen Reihenfolge und kann man sich dann einfach angucken. Aber sind wir mal ganz ehrlich, so viel hat man dann auch nicht verpasst. Trantwittiger. Das ist gar nicht trantwittig. Also vielleicht ist es auch trantwittig. Aber vor allen Dingen ist es eine bewusste Entscheidung, um mir so ein bisschen Stress rauszunehmen und auch zu sagen, okay, es hat auch wirklich einen Mehrwert auf Twitch zu gucken. So. Und jetzt sollten wir mal schauen, dass wir den Sphere of Influence Change auf jeden Fall reinnehmen. 163 Tage. Ich prüfe. Ja. Da sollten wir uns langsam was überlegen mit dem Essen auf der Minmus Station bis dahin. Okay. Aber, wie gesagt, bis dahin machen wir jetzt einfach mal den Zeitreffer an und folgen dem Gerät auf seiner Bahn. Und dann springen wir rüber zum Science Lab, holen die Science, füllen das auf, dann machen wir den Asteroidenscanner. Wenn wir da durch sind und der läuft, dann würde ich mal gucken, dass wir eine Zwischenmission einschieben, um die Minmus Station weiter in Betrieb zu nehmen. Und, weil wir müssen eh hin, um Essen zu liefern. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir es uns aussuchen können. Wir müssen uns ja kümmern. So. Jetzt lassen wir hier einmal das durchlaufen. Wir müssten jetzt hier im Moment aus dem Timemope rausgehen. von der, äh, von der Kerbin Space Station getriggert. Und guck mal, wir haben schon mittlerweile ganz gute Entfernungen aufgebaut. Sind, oh ja, ich sag mal fast die Hälfte der Umlaufbahn rüber zum, äh, zu Duna. So. Jetzt erstmal hier rüber. Zack. So. Und dann. Das mit den Transferfenstern ist ein, äh, ein Mod tatsächlich. Das ist, äh, das nennt sich Kerbal Alarm Glock. Also hier oben siehst du es auch nochmal. Kerbal Alarm Glock. So heißt auch das Mod. Gut, wir haben fertig. Wir haben sowas von fertig. Dann transmitten wir mal unsere Wissenschaftspunkte. Und machen uns auf den Weg. Machen wir uns dann auf den Weg zum Astroidskill. Da bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis der 20 Astroiden erfasst hat. Angeblich geht das halt passiv. Also was wir da machen sollen, ist ja, ähm, dieses Teleskop. Das ist auf der anderen Probe drauf. Die ist gerade auf dem Weg in diesen Orbit. Also das Manöver hier in 14 Tagen sollte uns eigentlich auf diesen Orbit bringen. Und dann 20 Astroiden, äh, zu mappen mit einer Inklination, die größer als 6 ist. Sollte ein automatischer Prozess sein. Also Over Length of Time. Ich habe keine Ahnung, was Length of Time bedeutet in dem Kontext. Ich hoffe, dass es nicht ewig dauert. Ich zeig mir die Mod aber nicht an, die ich über Twitch gezogen habe. Also erster Punkt, wenn ihr mein Modpack benutzt, ist, ähm, dass ihr in Seacan, ähm, die, ähm, die Kompatibilität für KSP 1.6 und KSP 1.7 einstellen müsst. Und ich meine, ich bin auch noch auf 1.7.2. Ja. Ich spiele noch auf 1.7.2. Also gegebenenfalls, wenn es gar nicht funktioniert, einen Downgrade machen. Ähm, eigentlich müsste es mit 1.7.3 aber funktionieren. Der wichtige Punkt ist wirklich diese Kompatibilität. Und bei ganz vielen Mods, wenn man sich die einzeln zieht, ist das Problem, dass man, äh, gerne den Module Manager vergisst. Ähm, dass der Module Manager ist für ganz viele andere Mods eine Voraussetzung, die einfach nicht sauber laden, wenn man ihn nicht in der richtigen Version installiert wird. Und hier, der Eagle hat landet. Genau. Das hier ist eine Batterie. Das sind hochskalierte Batterien. Ähm, und, wohnenlose. Vielen lieben Dank für sieben Monate ReShub. Dankeschön. Weiterhin ganz viel Spaß bei mir zu gucken. Bei LaFa gehe ich eigentlich auch von aus. Also ich glaube, die ersten größeren Probleme werden jetzt mit der 1.8 wieder kommen. Das wird ein Weilchen dauern, bis die Mods dann gerade gezogen sind. Beziehungsweise kann es auch sein, dass vielleicht die Mods nicht nachgezogen werden. Mein Spiel ruckelt schon etwas. Geht größtenteils, muss ich sagen. Es sind ab und zu so kleinere Grafikfehler. Aber so insgesamt, ich streame halt nur auf 30 Frames per Second. Das kann natürlich sein, dass bei schnellen Drehungen das dann manchmal abgehackt ist. Und was ich habe, sind ab und zu so Mikrolegs. Die habe ich aber irgendwie immer bei KSP, sobald ich relativ viele Mods fahre. Von daher, im Großen und Ganzen läuft es okay. So. Wissenschaft ist raus. Jetzt werden wir mal die nächsten Experimente reinstopfen. 60er, ne. Ist durch. Aber wir haben noch 12 Data bereit. So. Altalarm in 48 Tagen. Ja, dann hätte ich gesagt, können wir doch schon mal hier rüber springen. Ja, das ist halt einfach... Ich sage mal, ach so ein Mod-Lag. Du meinst das natürlich ein bisschen anders, Neo, aber... Der Punkt ist halt, mit so einer Menge von Mods, also ich sage mal, wenn man über 10, 20 drüber geht, ist halt auch sehr viel Stuff, den man nachladen muss. Ich will gar nicht wissen, wie es ist ohne eine SSD. Also ich habe es auf einer SSD liegen, da ist es noch relativ angenehm, muss ich sagen. Ich hätte so Befürchtungen, wie es ohne SSD zu spielen ist. So, ich bin jetzt schon mal rübergegangen zu der Kiste. Hier ist unser Sentinel drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da müsste jetzt eigentlich das Sentinel-Häkchen auch schon abgehakt sein. Jawohl. Das Ding ist okay. Okay, und jetzt müssen wir es halt noch in die Position bringen. Das Schöne ist, ich habe hier auch noch, weil es ging, Relay-Anteil draufgepackt. So, und... Damit haben wir dann auch noch einen schönen Relay nachher. Und Damon, vielen lieben Dank für den Resub im neunten Monat. Dankeschön. Viel Spaß mit dem Twitch-Baby. So, ich denke, wir können hier safe den Time Warp anmachen. Und dann schauen wir mal, dass wir uns auf unseren Ziel-Orbit bewegen. Sind auch wieder 14 Tage um. Danach. Und dann wird es, wie gesagt, langsam ein Thema, dass wir uns um die Minimus-Station kümmern müssen, damit uns der Anthrax dann nicht an Hunger leidet. Und wir gehen jetzt auf unser Manöver. So, und dann harren wir mal das Burns. Das Ding aufgezogen, ja. Und ich würde sagen, wir schmeißen den jetzt mal an. Und bewegen uns in den Orbit runter, der von uns verlangt wird. Das Teleskop kann man wahrscheinlich schon mal safe in die andere Richtung ausrichten, weil ich vermute, es geht eher darum, nach außen zu gucken, wenn wir gefährliche Astroiden mappen sollen. Und die Abschirmung ist wahrscheinlich dafür da, dass uns das Sonnenlicht nicht so stört. So, wie ihr seht, wir sind hier noch relativ weit oben mit dem Orbit. Das ist das, was wir jetzt gerade runterziehen. Auf so ungefähr, das ist immer eigentlich nicht so super genau. Also wir sind jetzt hier nicht exakt 100% auf dem Orbit. Aber meistens ist es im Spiel so, wenn man so auf eine gewisse Prozentzahl rankommt. Also ich sag mal, so bei den Daumen gepeilt, 90% des Orbits. Jetzt seht ihr, da haben wir den Orbit auch schon akzeptiert bekommen. Ich mache den jetzt trotzdem noch fertig mit dem Manöver. Zack. So, und damit ist der Orbit akzeptiert. Und jetzt müssen wir Satelliten, äh, Astroiden mappen. Ich mache das Ding jetzt mal an. Und wir beginnen. Äh, Astroiden zu mappen, die an Körbeln vorbeiziehen. So. Super. Ähm. Teleskop, Mapping, Körbeln. Ich glaube, jetzt müssen wir halt einfach warten. Ähm. Und hoffen, dass was bei rumkommt. Ich glaube, das ist jetzt eher auf längerfristig ausgelegt. Wir haben jetzt noch 139 Tage für Mangiare. Echt? 139 Tage hat er noch Essen? Dann können wir eigentlich noch einen Zyklus der Space Station. Ich würde jetzt trotzdem gleich einmal zu ihm springen, einfach um das mit dem Strom zu abdecken. Das ist nämlich nicht ganz korrekt, die Aussage, bin ich ziemlich sicher. Tamiris, vielen lieben Dank für den Resub. 20 Monate auch schon. Meine Güte. Ihr seid alle verrückt. So. Muss ja auch mal gesagt werden. Zack, 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 zack. Das alles nur wegen ein bisschen Raumschiff fliegen. Oh, die Station ist auch noch nicht umgestellt auf Station, ne? Das wäre vielleicht auch mal ein Thema. Dann werden auch die Aufträge, glaube ich, korrekt umgeschaltet. Ich muss das mal auf, äh. Station umstellen. Dass das kein Raumschiff ist, sondern eine Station. Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht damit belangt, noch eine Station starten zu müssen. Sondern das Spiel wird sagen, oh. Wie formidabel von Ihnen. Äh. Die Überlegung wäre natürlich. Ob wir sie dann alleine lassen. Wollen wir mit dem guten Mann einfach zurückfahren? Das Problem ist, dass er wahrscheinlich verhungert unterwegs. Obwohl. Eigentlich. Eigentlich hätten wir alles, ne? Wir haben ein Hitzeschild. Wir könnten ihn erstmal nach Hause holen und dann nochmal den Auftrag kassieren für bekörbelte Stationen herstellen. Ich glaube, dass, das werde ich machen. Ich glaube, wir, das Einzige, was mich ein bisschen ärgert an der Situation ist tatsächlich hier der Part mit dem Essen. Ja gut, er hat nochmal 15 Tage Puffer. Habitation sieht auch gut aus. Wir machen das jetzt einfach. Komm. Wir machen das jetzt. Wir holen ihn nach Hause mit dem Raumschiff. So, pass auf. Jetzt machen wir hier einmal. Äh. Rename vessel. Station. Zack. Dann ist das eine Station. Dann machen wir... Da spricht eigentlich nichts. Kurz nochmal drüber nachdenken. Eigentlich spricht nichts. Äh. Undock. Zack. So. Hat das Ding noch Kontrolle? Auch ganz hervorragend. Ich habe sogar noch... Ich habe sogar noch Control drüber, weil ich irgendwo einen Probekorb verbastelt habe. Ich glaube, hier drinnen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgend sowas getan habe. Aber ist halt schon eine Weile her. So. Und wir fahren mit dir nach Hause. Wie viel haben wir? 667... Das ist halt nicht so viel, ne? Kriegen wir das hin? Doch. Das müsste reichen. Ich muss mal ganz kurz eine Manöverplanung dafür machen. Ich muss sicher gehen, dass wir mit 667 Delta V müssten wir aber eigentlich nach Köln zurückkommen mit einem Schwung. 677. 677. Das geht's. Wir haben nur noch den Winkel richtig bekommen. So. Das ist schon mal nicht der korrekte Winkel. 777. 777. 777. 877. 877. 977. 977. 977. 977. 977. 1077. 1077. 1077. 1077. Sieben Tage würde nämlich auch mit der Habitation der Kapsel hinhauen. Och, komm schon, jetzt raste das doch mal ein. Thank you. So. Oh, das war schon ein bisschen zu viel. Das ist gut. So, sechs Tage ist auch okay. Okay. Würde hinhauen. Jetzt muss man nur ein bisschen beobachten. 14 Tage, ja. Das ist check, verstehe ich. Ist nicht gut. Arbeiten wir gleich dran. Zack. Di, di, di. Wäre ihnen alles gut. Das passiert manchmal, wenn du irgendwie einen Punkt statt einem Leerzeichen erwischst oder sowas. Dann dreht der Bot manchmal ein bisschen durch und denkt, das ist eine URL und bla. Schwieriges Thema. Aber das ist nicht dein Fehler. Das ist eher ein Problem des Bots. Okay, lasst uns dieses Manöver fliegen. Ich hoffe, ich hoffe, dass er uns nicht durchdreht. 22 Tage Hab, okay. Okay, das ist okay. 22 Tage Hab. Gut, das ist ein Dreier. Stimmt, das ist eine Dreierkapsel. Und wir sitzen, wir sitzen mit einem Körbel drin. Dadurch haben wir natürlich massiv, stimmt, stimmt, stimmt. Da kommt die Habitation her. Pro Körbel, sieben Tage. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da hinten ist die Station. Weil dann können wir vielleicht, wenn wir eh hinfliegen müssen, das kombinieren mit dem Auftrag, Körbels an Bord bringen zu dürfen, dieser Station. Das würde sehr viel Sinn machen. Ups, ich sollte vielleicht auch irgendwann mal losfliegen. Auf geht's. Ab nach Hause. Erstmal für den lieben Antrags. Wie lange hat der Supplies? Er hat gar keine Supplies mehr, aber sie haben halt 14 Tage Zeit, bevor sie verhungern. Also man hat immer so eine gewisse Starving-Time. Das sieht man hier. Also er hungert schon, aber er stirbt halt nicht sofort. Das finde ich auch ganz gut. Das lasse ich auch mal auf den 14 Tagen, weil das finde ich relativ realistisch. Dass man sagt so, ja, irgendwann ist er halt nicht mehr handlungsfähig und stirbt dann, weil er wirklich verhungert ist. Aber mal eine Woche oder zwei ohne Lebensmittel, das macht sehr unzufrieden, führt aber noch nicht dazu, dass er direkt tot umfällt. So, Blue Alien, vielen Dank für den Follow und ganz herzlich willkommen. Natürlich bei den Chironauten. Okay, wir sind da in sechs Tagen. Das heißt, auch das ist eine gute Sache soweit. Das heißt, wir können hier mal ein bisschen den Zeitraffer noch bewegen. Ja, das passt. Und dann haben wir auch schon wieder ein Problem gelöst, was uns zeitlich einen gewissen Rahmen vorgesetzt hat. Jawoll. Nur noch drei Monate bis zum Zweijährigen, dann ist das EU-System besiedelt. Könnte knapp werden, aber schön, dass es nur noch drei Monate sind. Und danke für den Resub im 21. Monat, Meckes. Dankeschön. Was ist hier, was sind hier für Typen? Was sind das für Noopsies? Irgendwelche Locations, die man wahrscheinlich mit Touristen bespaßen soll oder so. So, wir haben noch neun Tage bis Starving, 16 Tage. Was kann da schon passieren, eine Woche ohne Nahrung? Naja, toll ist es nicht. Aber da haben schon Leute länger gehungert. Zum Beispiel bei Fastenkuren und so weiter. Und in der Schwerelosigkeit vermute ich, dass du, du brauchst ja für den ganzen Stützapparat auch bei weitem nicht so viele Kalorien. Ich weiß nicht, ob man für andere Dinge dann wiederum mehr Kalorien braucht. Das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Aber wie gesagt, eine Woche, beziehungsweise zwei Wochen, ist sicherlich nichts, was man regelmäßig machen sollte, aber auch halt noch nichts, was dich umbringt, wenn du vorher gesund warst. Deshalb akzeptiere ich diese 14 Tage Pufferzeit, weil die schon sehr, sehr helfen. Das sieht grafisch ein bisschen eigenartig aus gerade. Aber naja. So, wir bremsen gleich nochmal ein bisschen. Damit wir nicht ganz so hart reingehen. So. Wir sind auch ein bisschen tief. Von daher schadet es auch nicht dabei, ein bisschen Höhe zu nehmen. Mehr Anstörwinkel. Jetzt sieht es gut aus. Okay. Wie gesagt, wir bremsen jetzt noch ein bisschen unsere Orbitgeschwindigkeit runter. Und Blue Alien, vielen Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit deinen neuen Curly-Emojis. Dankeschön. So, ich versuche so auf die 35 Kilometer wieder zu gehen, als meine präferierte Wiedereintrittshöhe für solche Return-Flüge. 30 würde man auch überleben, ehrlich gesagt. Gucken, wenn der Sprit alle ist. Wahrscheinlich eher so bei 30, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt machen wir gleich erst mal den Fallschirmstart klar. Das wird es schon mal haben. So, der ist scharf. Dann müssen wir jetzt hier nur noch Retro-Guard gehen. Und wir können noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Monoprop-Land, oder? Wir können uns noch ein bisschen Zeit vertreiben, mit Monoprop rausbrennen. 160 Kilometer Höhe, auch eine gute Sache. Okay, wir kommen jetzt gleich in die Nähe der Atmosphäre. Stell schon mal oben auf Surface. Retrograde. Dann hätte ich gesagt, trennen wir uns schon mal von der Kapsel an sich. Ich möchte was dagegen. Nee. Das ist gut. Und dann gehen wir ein bisschen aus dem Weg. Lass wir das Ding nicht gleich treffen, weil noch haben wir ein bisschen Monoprop. Genau, und wegen Links, ihr dürft Links von clips.twitch.tv gerne posten. Vor allen Dingen gerne natürlich Clips, die ihr selber gemacht habt. Bei anderen Sachen fragt bitte die Mods vorher um Permits, sonst wiped euch der Bot. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, weil dann auch alles, was ihr vorher geschrieben habt, weg ist. Und wenn ihr das nicht möchtet, please permission. Please, please einmal fragen. Dann kriegt ihr ein Permit, dann habt ihr 90 Sekunden Zeit. Da könnt ihr dann auch einen entsprechenden Link posten. So, wieder Eintritt. Da geht's auch schon los. Dann guckt man, wie wir unser anderes Teil überholen. Aber gut, wir sind noch ein bisschen später in die Atmosphäre rein. So, dann haben wir noch 26 Tage zum Zeitsprung mit dem Science Lab das nächste Mal. Dann kommt der Lule Explorer. Ich hoffe, dass das Thema sich hier eigentlich einfach irgendwann erledigt. Das heißt, ich würde jetzt fokussiert auf die Duna-Probes-Geschichte bleiben. Wir gucken jetzt einmal gleich, wenn wir unten sind, was die Missionen hergeben für die Minimus-Stationen. Die würde ich potenziell zwischenschieben, wenn sich das anbietet. Ansonsten lasse ich das Ding hier einfach tracken. Und würde mich mit der Duna-Mission dann beschäftigen. Weil wir haben jetzt, ja, eigentlich freie Bahn mit Marzipan, ne? Gerade so ein bisschen. Solange uns keine andere Station dazwischen fuscht. Eben weil wir noch nicht so viel kolonisiert haben, können wir jetzt erstmal mit der Fernerkundung relativ gut arbeiten. So, hier sieht das ganz gut aus, glaube ich. Ablater sollte auch ausreichen. Ablater-Nutzung sinkt schon massiv. Also, wir sind das Schlimmste durch. Und ich glaube, wir haben die 3G bisher noch nicht so wirklich überschritten, ne? 2, 2,5G bisher. Das ist doch ganz in Ordnung. So, sehr schön. Immer noch Ablater übrig. Und welchen schönen Abend wünsche ich dir. Ja, ähm, Fuba, das ist ein bisschen... Das Wort heißt Nukula. Also, nicht ein bisschen Nukula, aber vielen lieben Dank. Äh, Fuba, ähm... Es ist halt Übungssache, ne? Das ist, glaub mir, ich hab meine erste Mondlandung genauso verkackt wie jeder andere. Und die zweite, dritte, vierte, fünfte hinterher. Ähm, und war sehr dankbar, dass es F5 für Quicksafes gab, damit ich das sehr oft üben konnte. Und irgendwann, wenn man es dann gefühlt das zweihundertste Mal gemacht hat, hat man die Abläufe halt drin. Und dann, klar, dann sieht's einfach aus, ne? Ich glaube, der wichtige Punkt ist, nicht zu vergessen, dass man das dann aber auch schon zig Mal gemacht hat. Also, ich glaube, ich bin da... Ich bin da nicht wirklich besser als die meisten anderen. Wenn ihr das... Wenn ihr so oft wie ich dann eine Rakete irgendwo gelandet habt oder sowas, dann... Dann macht ihr das wahrscheinlich sogar besser. Ja, hoffe ich für euch. Hoffe ich wirklich für euch. Schönen guten Abend, SFGiants. Und schönen guten Abend, wen hattet ihr vorhin noch gesehen? Kurt Cobra. Ne? Was hast du verpasst? Wir haben, ähm, die Asteroiden-Aufklärungsmission, also diese Sentinel-Mission, die haben wir im... Inzwischenorbit. Wir haben eine kleine Kurskorrektur für die Duna-Mission gemacht. Und haben jetzt gerade den Antrax erstmal von der Minmus-Station zurückgeholt. Der war ja dann inzwischen geparkt aus anderen Gründen. Und, äh, jetzt wollen wir gleich mal gucken, ob wir eine Mission bekommen. Ähm. Ob wir eine Mission dafür bekommen, die Minmus-Station zu besetzen. Weil, dann würden wir Geld dafür kriegen und wir müssten dafür halt noch ein bisschen, ähm... Wir müssten dafür noch ein bisschen, ähm, Lebensmittel hochbringen. Also, das hätte ich halt so oder so gemusst. Deshalb habe ich jetzt erstmal den Demantrax zurückgeholt. Äh. Ich glaube, so ist es besser. Dann können wir uns dafür bezahlen lassen. Und er ist auch erstmal in Sicherheit, weil wir haben zu wenig, ähm... Zu wenig Vorräte an der Minmus-Station und noch kein Recycling in irgendeiner Form. Dadurch ist da relativ schnell Essig mit Essen. Blu-Alien, vielen lieben Dank für das Gifted-Sub an den Kurt. Dankeschön. Ja, und Kurt, viel Spaß mit den Modes, ne? Und der Antrax hat ein Exceptional Contract Ribbon gekriegt. Da freut er sich bestimmt, was auch immer das im Detail bedeutet. So, jetzt gucken wir mal. Crew, a base or station. Hervorragend. Das war doch, was wir provozieren wollten. We want to bring some Kerbals to Dawn Station. Das ist sehr, sehr gut. Das ist korrekt, dass wir das wollen. Und das kombinieren wir am besten mit dem Essen, was wir noch mitbringen müssen. Science Data from Space Around Minmus würde sich in diesem Fall auch sehr anbieten. Jetzt sind wir erstmal auf Maximum Contracts. Okay. Das heißt, wir können jetzt eine Mission vorbereiten, mit der wir... Ich muss nochmal kurz zur Station gucken, wie wir es anbauen. Also mit der wir mehr essen, Habitation ist schon okay, mehr essen, ein bisschen Recycling und dann halt die Kerbals hinbringen. Lasst uns mal gucken. Die Besatzung gucken wir uns auch gleich an. Wie groß sind die Hab bei voller Besetzung? Bei voller Besetzung ist sie, glaube ich, nicht so hoch, aber du musst ja nicht voll besetzen. Also ich glaube, bei voller Besetzung hält sie ein paar Monate. Ah, das sieht man jetzt gar nicht mehr, ne? Aber wie gesagt, wir haben hier zwei Container, plus das, plus da hinten noch zwei von den Teilen. Wobei das später weg soll, das ist jetzt hier nur temporär dran. Ähm, das sind Construction Ports hier. Äh, ich überlege gerade... Hier noch so ein Ausleger, oder? Dass wir den Ausleger quasi nochmal kopieren. Statt dem hier vielleicht mit anderen Tanks arbeiten. Mal gucken, wie wir das machen. Mikas, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Zweiter Monat, also quasi der erste Resub. Danke. So, also wir haben ein Construction Port als Anfangsding. Wir können zwei Gigantor-Dinger nehmen. Dann vielleicht tatsächlich 1, 2, 3, 4 Batterien. Obwohl wir... Obwohl ich nicht sicher bin, ob wir so viel Batteriepuffer tatsächlich brauchen. Wir haben jetzt schon 10.000. Oder ob man dann nicht lieber sagt, wir nehmen hier, ähm, einen... Ich überlege, ob ich das mit einem, äh, US-I-Core mache, eventuell. Aber das gucken wir uns jetzt gleich an. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Also die Zwischenmissionen machen wir jetzt. Und das Ganze kombinieren wir, wenn es gut läuft, mit einem kleinen Return-Raumschiff. Und drei Körbels, die dann da auch wohnen können. Wenn, wenn es gewichtsmäßig ausreicht. Mal gucken. Mal gucken. Ich muss mal gucken, ob wir es reinbekommen. Äh, zack. Ich will nicht zu sehr überreizen, damit wir da, äh, eine gute Raketenlandung hinbekommen. Also Gewicht ist unser beschränkender Faktor. Mikas, schönen guten Abend. So ist gut. Immer erst, erst Sam und dann guten Tag sagen. Ich support das. Äh, so. Dawn, 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 Dawn Station Part 2 sollte das sein. Da müssen wir nicht alles neu erfinden. So, pass mal auf. Guck mal, da ist ein Raumschiff dran. So, und jetzt kommt aber der Part, wo wir sagen, ja, aber die Typen sollen ja gar nicht instant zurück. Das ist schon mal der erste Schnack. So, ähm, also. Das ist das Raumschiff, mit dem wir gerade zurückgeflogen sind. Das ist eine gute Sache, weil, naja, wir sind halt zurückgeflogen. Also das hat ja offensichtlich funktioniert. Ähm, jetzt müssen wir nur mal gucken. Also bis hier. Bis hier. Gute Geschichte. Kann so bleiben. Jetzt haben wir hier. Wartet mal. Mit dem zusammen. Sind das. Da ist die Trennung. 13,3 Tonnen. Okay, wir sagen immer so bis 15 Tonnen, glaube ich. Das heißt, wir können potenziell hier, ähm, dran arbeiten, dass wir sechs, ich runde es mal auf sieben Tonnen. Also wir können hier oben sieben Tonnen verbauen, okay? Zack. Das ist schon mal gesetzt, wobei ich, wie gesagt, überlege, was wiegt der Scheiß? Naja, wegen 200 Kilo muss man sich halt auch nicht ankotzen, ne? Das können wir auch mitnehmen, ehrlich gesagt. Die Recycler werden eine Menge Strom verbrauchen. Das würde ich einfach so lassen, weil es spricht nichts dagegen. Wir haben noch ein bisschen mehr Grundhabitation. Ähm, wir haben den Construction Port. Wir wissen, dass der Abstand passt mit den Solar Rays. Also von daher ist alles gut. Und jetzt würde ich sagen, jetzt werden meine Unterstellung folgendes, passt mal auf. Ähm, Universal Storage. Dass wir hier einen... Uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Vierer Chor nehmen. Der Passenger, vielen lieben Dank für den Sub und dir natürlich auch ganz viel Spaß mit deinen neuen Emojis. Nutze sie reichlich. So, und dann haben wir hier irgendwo Recycler. Ich weiß, dass wir sie haben. Vielleicht noch nicht freigeschaltet, aber wir haben sie. Und wahrscheinlich sind sie auch schon freigeschaltet. Ja, da ist es. So, ein Recycling-Modul macht 50% Recycling... So, die andere Variante wäre natürlich ein Recycling-Modul zu nehmen. Die sind hier irgendwo mit drin. Die wiegen aber halt auch deutlich mehr. Machen aber dafür 79% Recycling. Aber ich glaube, wir nehmen das hier. Das können wir ein bisschen gezielter machen. Gibt es da noch ein anderes Recycling-Modul? Ich hätte vermutet... Das ist schon das Neue, ne? Na gut. Okay. Ich hätte vermutet, dass es die in Höheneinheiten auch gibt, aber die gibt es scheinbar nicht. So, damit können wir dann nämlich aber auch das Recycling anpassen auf die Menge Körbels, die an Bord sind. Was ja nicht zwingend eine schlechte Sache ist. So. Und dann haben wir irgendwo die Fülle dafür. 2,25 da. Zack. Vierer. Hawkjet. So, wie gehen die jetzt auf? Ja, das ist ja nicht schlecht. Dann kommt man auch ran. So, und jetzt könnten wir den Rest vom Schützenfest benutzen, um Essen einzubauen. Da kommt jetzt die große Frage, ob es zu schwer wird. Es ist recycelte Nahrung. Recycelte Nahrung ist gut für die Umwelt. Genau. I see what you're doing there. Ähm, zack. So, damit hätten wir potenziell 189 Tage für ein Körbel. Das ist noch gar nicht so viel. Und wir sind gewichtstechnisch, wir hatten gesagt, bei sieben Tonnen können wir spielen. So, dann sollten wir die auch nutzen. So, dann machen wir da noch einen schönen Docking-Port als Abschluss drauf. Ach, shit, den geklemmten geht nicht. Aber doch, vielleicht geht das in dem Falle doch, weil, 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 das Ding da oben Attachment-Point hat. Ach, shit, dann kann ich es aber nicht andocken. Nee, ich muss es, ich muss es mit einem richtigen Docking-Port gesehen. Na gut. This time you win. So. Bababababa. Clem-Patron Docking-Port check. So, äh, das sieht nicht gut aus, wie das da angebaut ist. Das sollten wir nochmal diskutieren. So, an den Solarpanelen halte ich nicht für eine schlaue Idee. Ich denke, so ist es okay. Es sind keine schlimmen Sachen passieren. Und wahrscheinlich macht es auch Sinn, hier noch mal zwischenzugehen. Dankeschön. Dankeschön für die Spende, lieber Blue Alien. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber meine, meine Donations gehen ans Haus der kleinen Forscher immer weiter. Also ich spende das dann auch. Und das ist eine Stiftung, die sich damit beschäftigt. Frühkindliche und Kinderbildung für MINT-Fächer zu fördern. Ich finde, das passt inhaltlich sehr, sehr gut zu diesem Stream. Und deshalb gehen deine 5 Euro dann da natürlich auch hin. Dankeschön. So, das ist dann aber eigentlich Downstation Part Dry. Ich muss gleich nochmal das Fairing anpassen, bevor wir unser Personal einweisen. Edit Fairing. So, zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ich glaube, wir müssen auch nicht mal so breit gehen, weil wir haben hier wirklich... Wir haben hier wirklich nicht so unter diesem Raumschiff. Ich glaube, das könnte so schon funktionieren. Sieht gut aus. Spart halt auch wieder ein paar Gramm. Sehr schön. Okay, kennst du also schon. Super. So, ja, Mensch. Mit 5 Körbels wären es dann 130 Tage. Ganz so viele Körbels werden wir da aber nicht hinschicken erstmal. Also, wir werden... Farmer wären natürlich auch eine Möglichkeit. Da müssten wir aber irgendwann noch tatsächlich was zum Farmen anbauen. Wie weit sind wir denn da forschungstechnisch? Wir haben die Norm-O-Matic. Wir können hier drin arbeiten, ne? Na komm. Ist der besser? Der produziert 14,26 am Tag. Ist aber dafür auch ein bisschen einfacher. Ja, wir nehmen Farming-Equipment mit. Aber nur das einfache. So, und wir bauen das hier an unsere Unterkünfte mit an. Also, wir sagen, wir machen quasi am Fenster... Mal gucken, ob ich das sauber geplaced kriege. Oh, jetzt ist richtig Party angesagt hier. Also, wir sagen, wir haben quasi einen kleinen Garten am Fenster dran. Wo Meckes ein bisschen arbeiten kann. Oh. Das sieht nicht gut aus. Weil die Dinger nicht so symmetrisch sind, ne? Die Fenster. Äh, dann müssen wir hier aber Fertilizer mitnehmen. Mulch entsteht von ganz alleine, hab ich gelernt. Und... So. Oh, oh. Die Verrückten kommen. Herr Spanker, vielen lieben Dank für dein Raid. Und ganz herzlich willkommen an dich und deine ganzen verrückten Ghost Reckon-Spieler, ne? Oder Zuschauer. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr spielt. Ich weiß nur, dass ihr es mindestens mal geguckt habt. Schön, dass ihr da seid. Hallo Gwen. Hallo Saxric. Hallo Colt. Hallo Pikachu. Hallo Herr Major. Schön, dass ihr vorbeischaut. Wir bauen unerwarteterweise... Ich weiß, das kommt für viele sehr überraschend, wenn ich das jetzt sage. Äh, Raketen. Naja. Was soll ich sagen? Es kommt nicht überraschend, wenn wir alle ehrlich sind. Ich würde es glaube ich erst mal ein bisschen drehen. Und dann können wir über... Ich glaube so... Ah, komm. Dann ist das Fenster nicht ganz verdeckt. Verdeckt ist das nicht ganz, aber ich glaube wir kriegen es verdeckt. So ist es wenigstens mittig. Das mit den Fenstern ist einfach doof, dass sie nicht mittig sitzen. Aber sie gucken nicht vor. Das passt. Sehr schön. So. Hello, hello Mr. Spankman. Wie war ihr Stream? Hatten Sie einen erfolgreichen Abend? Nachmittag und Tag. Muss man ja bitte dazu sagen. So, ich glaube... Ich glaube so passt das. Zack, 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 zack. Das ist okay. Fertilizer ist erstmal drin. Das heißt, wir können auch ein bisschen Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, es würde Sinn machen, dort erstmal... Ah, 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 ich glaube wir lassen dafür das erste Mal einen Piloten einzeln. Der Antrag ist eigentlich gerade erst zurückgekehrt. Das wäre unfair. Wir lassen... Der kriegt erstmal ein bisschen Heimaturlaub. Der Wöller wird da hinfliegen. Wir nehmen noch einen Ingenieur mit. Das geht uns auch gerne in den Command-Pod rein. Diesmal nehmen wir den Grimmisch mit. So, und wir werden einen Farmer rübertransportieren. Damit der Mac es mal Erfahrung mit dem Anbau von Nahrungsmitteln im Weltall sammeln kann. Das wird uns an Duna sicherlich helfen. So, so, jetzt müssen wir mal gucken, was hier mit den ganzen Action Groups los ist. Das ist nämlich alles irgendwie kaputt. Torval Stabilizer. Das war im letzten Mal auch irgendwie ganz komisch. Torval Stabilizer. Dann in der Licht Action Group gab's... Wo hatte ich denn Licht? Hatte ich den hier mit drin? Shutdown Engine, genau. Zack. Sehr schön. War gut. Und morgen... Make it the Gwenniest that you've ever seen. Heißt das, du spielst morgen mit Gwen zusammen? Ich rate jetzt einfach mal. Habe ich das richtig interpretiert? Deinen Englisch-Satz. Zack. 5, 4, sieht gut aus. Okay, mit Bussan... Nee. Okay, dann erkläre dich. Dann erkläre dich, please. Danke. So, ich check einmal das Staging, dass da keine komischen Sachen passieren. Zack, zack. Zack, zack, zack. Gut. Zack, zack. Ach so. Du hast einfach nur Neos eigenartiges Lied weitergesongen. Das verstehe ich. Okay. Gut, Freunde. Dann... Hätte ich gesagt, sind wir bereit, die nächsten... Auf dieser wundervollen Rakete in Richtung Minmus zu schießen. In der Hoffnung, dass es funktioniert, wie immer natürlich. Ich bitte jetzt schon mal um Verzeihung, wenn es nicht funktioniert. Aber es wird bestimmt super. Es hat bisher immer super funktioniert. Warum sollte es... Warum sollte es diesmal nicht funktionieren? So, wir werden jetzt den hoffentlich vorerst letzten Teil dieser Station hochschicken. Unser qualifiziertes Personal in den Minmus-Orbit-Hämmern dort in einer Station abladen und dort für immer vergessen. Ein eigenartiges Lied. Wenn du meinst, ob ich das Lied Mr. Sandman Bring Me A Dream nicht kennen würde, dann... Doch, ich kenne das Lied. Also, mir ist schon klar, was er da gesungen hat. Das eigenartig kommt daher, dass Neo gesungen hat. So, Freunde. Auf geht's? Auf geht's, hätte ich gesagt. Achtung. Das könnte jetzt laut werden. Ich sage es vorher, okay? Damit es euch nicht die Gehörmuschel irgendwie nach innen wegdrückt und ihr nachher komisch guckt. Und los. Die drei gucken irgendwie sehr verunsichert. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ach shit, ich habe die Dinger nicht gestruttet, oder? Doch, wir sind gestruttet. Alles gut. Waren vorgestruttet. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte kurz ein bisschen Angst. So, wo ist das ja bis durch? Wir sind gut unterwegs. So, ich habe gesagt, ab hier übergeben. Und jetzt kommen wir an die second stage. Auf damit. So, Zeit haben wir genug, deshalb kein Grund, jetzt hier relativ viel zu burnen. Das ist sehr gut gelaufen. Wir gehen jetzt auf den Booster zurück. Ach, wir landen wieder. Natürlich landen wir wieder. Was ist hier los? Alles klar. So. 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 Wir burnen eine runde Ecoboard, um wieder nach Hause zu kommen. Genau. So. 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 Ich simuliere neue SpaceX Booster. So. So. Das hier Block 5.1, das ich gerade mache. Danke. Das sollte ausreichen. Alter, falscher Knopf. So. Das sollte so was von ausreichen. Ähm. Wo ist Norden? Ach shitty. Das korrigieren wir nachher. Ich muss erst mal kurz hier hin. Ich muss mich mal ganz kurz um die second stage kümmern. Bevor wir weiter machen. So. Na, bitte laden Sie jetzt. Please. Hervorragend. Dankeschön. Weiter geht's. So, ein bisschen, ich hab sie ein bisschen weit driften lassen, muss ich sagen. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir hier so lange wie möglich Fakten schaffen, bevor wir das Ding wieder fliegen müssen. Wir haben eine gute Trust Rate Ratio, wir haben ausreichend Delta Wiem-Tank, das sollte auch alles ganz gut hinhauen. Das sieht ganz gut aus. Ich überlege, ob ich die Second Stage tatsächlich diesmal komplett aufrauche. Auf dem Weg nach Mimus. Um mir ein bisschen mehr Platz und Zeit für die andere Kiste zu kaufen. So, ich denke, es wird Zeit, dass wir uns hier Zeit kaufen, um weiterzumachen. Die Flugbahn ist ein bisschen ineffizient gerade, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich brauche die Zeit. Das ist halt der Kompromiss an die Game Engine. Damit ich genug Zeit habe, das Ding hier zu landen, muss ich das Ding hier ein bisschen weniger effizient fliegen. Das ist der Deal. Okay, dann kümmern wir uns um die Landung. Hoffen, das klappt. Ein bisschen spät dran, aber ich glaube, es müsste noch reichen. So, Surface Retrograde, Rensen auf. So, ich glaube, es muss noch reichen. So, ich glaube, es muss noch reichen. So, ich habe das Spiel angefangen. Das geht schief gehen. Ja, das war ich, glaube ich, nicht mehr. Das ist halt zu schnell. Uh, war gut abgefangen. Respekt. Dude, dude, dude. Dreh dich, dreh dich, dreh dich hoch, dreh dich hoch, dreh dich hoch. Ich habe noch genug Fuel, um das zu retten. Alter, verwalter. Da haben die Beine aber richtig gut gefedert. Alter, verwalter. Jetzt habe ich ihn verloren. Das war nicht gut. Eine meiner schlechtesten Landungen bisher. Eine meiner schlechtesten. Die Dings hat nicht gut funktioniert, die Kalkulation auf den... Äh, die Bremsung beim Wiedereintritt hat nicht gut funktioniert. Aber ist okay. Ist trotzdem was recovered. Und zwar gar nicht so wenig. Der ganze teure Kram ist dran. Dun, 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 dun. So. So, 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 so. Klar war das eine Landung. Ist nicht explodiert. Also nicht besonders doll explodiert. So, jetzt müssen wir zur zweiten Stage. Bastel, habe ich dich verpasst? Ich glaube, ich habe dich verpasst, Bastel. Es tut mir leid. Vielen Dank für den Resorb. Ich muss ganz schnell Sachen fliegen. Oh nein, ich bin schon... Ich bin schon über die AP drüber. Krass, was die Beine gefedert haben. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie stärker durchschlagen. Aber die haben wirklich gut gefedert. Wirklich, wirklich gut gefedert. Ja, Bastel, vielen lieben Dank für den Resorb. 16. Monat. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier unsere Rakete in den Orbit bekommen. Das sollte aber passen. Da fehlt eigentlich nicht mehr viel. So, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Framedrops, ja. Hat sich aber direkt wieder stabilisiert. Während der Szene umschalten, bin ich irgendwie ziemlich weit runtergegangen. Aber im Groben und Ganzen sieht es gut aus. Aber jetzt während dem Szenenwechsel ist er mal ganz kurz runtergegangen. Wer weiß, vielleicht hat meine Frau gerade irgendeinen neuen Film aufgemacht bei Netflix oder so. Wer weiß das schon so. So, das sieht soweit alles gut aus. So, Orbit steht. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir damit nach Minmus geeiert kommen, ne. Das ist schon mal ziemlich hart am Limit, muss ich sagen. Ziemlich ziemlich hart am Limit. Habitation ist erstmal kein Thema, glaube ich, oder? Boah, 12 Tage ist nicht so richtig geil. Ich habe hierhin gleich einen Fehler wiederholt, statt es zu korrigieren, ne. Ach, das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also, so lange warten kann ich nicht. Ich muss Inklination korrigieren. Die ist mit 7 auch ziemlich hoch. Gucken, wenn wir es für einen direkten Schuss machen. Mal gucken, ob das so besser funktioniert. Das ist ein bisschen viel. Wohin wollten wir heute nicht mehr. So. Das ist ein bisschen, wenn wir heute nicht mehr machen, 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 wenn wir heute nicht mehr machen Garten Moon Encounter war erst ein Orbit später oder? Das ist ja das ist ein Orbit später dieser verdammte Moon der treibt mir auch im Wahnsinn so das heißt wir kämen aber auch richtig rein jetzt kommt die große frage 62 meter pro sekunde sind wir bei 980 das reicht glaube ich und wir kommen nicht richtig um rein oder? ne kommen noch nicht richtig um rein zack das wird auch schon wieder so eine kurz auf knapp Nummer hier so dann sind wir bei 61,3 ok 61,3 klingt machbar also mit rundungsfehlern sind 1000 weg 294 übrig einbremsen in den Orbit 160 ja das wird sehr sehr knapp reichen sehr sehr knapp wann bin ich da in neun tagen ihr habt zwölf auch das können wir in der kategorie hätte man ein bisschen eleganter timen können verbogen ok freunde ok nein habe ich nicht aber cool naja ich habe eine crew auf die station gebracht wir beschweren uns nicht oder? beschweren wir uns? ich beschwere mich nicht auf gar keinen fall beschwere ich mich so wir bringen das ganze jetzt an die startposition und dann probieren wir das mal unser kleines manöver ich muss diese upper stage wenn ich die nochmal benutzen will unbedingt also wenn ich damit nach Minmus fliegen will muss mehr ran als dieser tank das ist halt einfach zu wenig aber ich habe da so richtig nicht dran gedacht also so gar nicht überhaupt nicht haben wir es dann jetzt gleich oder? hier ist jetzt auch ein bisschen mulch schon verfügbar das ist doch auch schön deploy primary base dann können wir gleich mal gucken wie das so funktioniert machen wir mal ein paar recycler an also theoretisch müsste nach dem dritten nichts mehr passieren ja das heißt der vierte ist im moment übertrieben sehr gut 217 tage supplies laufen und wir können mal die ersten agroponics starten 100 prozent load das funktioniert auch also wir produzieren jetzt ein bisschen essen nach ich überlege ob das noch zu zeitig ist ich würde es wahrscheinlich sogar wieder ausmachen weil wir gar nicht genug supplies aufgebraucht haben bisher so und will solange wir den mulch noch auffangen wird ja nichts schlecht so und jetzt muss ich aber los mein manöver ruft das manöver ruft der neue hit so hoffen wir dass das mit der habitation nicht schief geht dafür habe ich gerade ein bisschen schiss das ist auf jeden fall alles sehr sehr kurz und knapp los geht's ich hatte für ganz kurzen moment angst dass das aus irgendeinem grund nicht durchzündet aber ich glaube da fährt sich erst kurz noch die triebwerksnossel aus und denn mckinney vielen dank für den resub vierter monat dankeschön und viel spaß weiter zu gucken natürlich so 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 was macht denn der strom der strom ist im moment stabil aber das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet dass das ding bestimmt zeugste strom ja vier erzeugt vier einheiten pro sekunde was erzeugt hier 10,724 ist das tatsächlich einheiten energie pro sekunde wenn das triebwerk ausgeht wissen wir mehr für monotrop haben wir 30 einheiten das ist heute relativ knapp ne ich weiß nicht ob das eine gute entscheidung war das los zu fliegen tatsächlich sie glauben wohl auch dass wir hier unten etwas altmodisch sind ja mensch ich glaube hier ist einer der wenigen kanäle und einer vielleicht noch genug leute anwesend sind die diese referenz verstehen ich glaube glaube unter 30 wird es sehr schwer diesen werbespot nachzuvollziehen das ist auch wieder alles echt kurz auf knapp gar nicht gut gar nicht gar nicht gar nicht gut erinnert mich bitte daran dass ich das so nicht mehr machen sollte das ist das ist nix nix für mein schwaches herz das ist ja alles alles sehr knapp hei 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 aber es wird hin hauen tschakka es muss hin hauen es muss hin hauen ach jetzt und spiel das mal den wohnen weg so jetzt machen wir das hier noch ganz vorsichtig das ist auch ja so fertig wird wie das soll so stimmt überhaupt nicht aber da kommt ja noch ein korrekturmanöver ich hoffe wenn ich das fertig habe dass wir dann den richtigen haben so und jetzt ist es electric charge hält tatsächlich mit den recyclern ne ok ich bin sehr gespannt was das man über angeht 15 sekunden burn time dann schauen wir mal ob wir danach richtig stehen so und dann haben wir danach noch gute 300 delta wie nicht mehr ganz 280 bis 290 irgendwo den dreh plus ein bisschen was aus dem rcs da ist hei 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 ok wir können unsere agroponics anschalten und dann schon was passiert einfach nur weil es geht die sind auf jeden fall auf 100 prozent load also wir haben 2,29 mulch im moment pro dings drin so letzter burn gleich noch um nach minmus zu kommen schauen wir mal das sieht jetzt gerade alles schon wieder sehr eigenartig aus müssen wir dann gleich mal korrigieren wahrscheinlich noch mal aber ist halt so erst mal dahin gekommen dass der rest sind minimalste delta wie beträge nein captain caps lockt möchte kein abonnement erstellen vielleicht habt ihr es bemerkt ich hatte zwischendurch mal ausgeschaltet aber ist wohl wieder drin schön wie oft ich mal neben diesen schatz schon abgestellt habe danke microsoft so 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 das haben wir dann machen wir hier noch mal nächstes manöver add zack und ich würde gerne wahrscheinlich hier rüber und bin ich doch da nur höre einfach bremsen das geht genauso gut ok das ist unser target so und jetzt sollten wir gucken dass wir uns hier irgendwie mit ihm kreuzen so halbwegs cool das ist doch schon nicht schlecht weil dann können wir auf der anderen seite des orbits die inklusion ausgleichen spafox mäßig wie wir sind so wir sind dann auch direkt auf der anderen seite das ist in neun tagen in neun tagen sind noch nicht alle durchgedreht und haben ihr eigenes schiff sabotiert von daher lassen wir das gelten und dann geht es wieder zum nächsten manöver da wollten wir auch gar nicht hin da wollten wir immer noch nicht hin der mulch wird immer mehr das essen 0,49 bei einem tausender time warp das war also auch schon mal eine erkenntnis ich nehme an dass die dinge auch einfach keinen so hohen output haben aber es passiert irgendwas also irgendwas irgendwas spannendes passiert es wird essen hergestellt wahrscheinlich halt einfach nicht genug um das komplett auszugleichen das muss ich aber auch verstehen können so zack da 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 ne den mimos nicht mehr anklicken mal so zugespampt mit manövern und ziel ausgewählt oder was ach freunde warum trollt mich das spiel manchmal so ja dann wird es halt ohne optisch gehen dann muss es halt so gehen heute fliegen wir nur nach instrumenten wird schon passen so jetzt gucken wir nochmal nach wie gut oder schlecht es geworden ist ich kann es jetzt gar nicht mehr gucken weil ich vergessen habe das target abzuwählen dann aber es danke 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 ach guck mal das doch ganz gut geworden das ist doch gar nicht schlecht geworden ja ich würde sagen wir fahren hier hin warte neun tage ich hoffe es geht keiner durch hey wir haben ein zwei gut wir bekommen nachrichten wenn es passiert zwei von zwanzig sind gemappt sehr schön zwei von zwanzig sind gemappt hallo hallo minbos na wir haben dir noch was mitgebracht zum spielen add manöver so und dann hätte ich gesagt bremsen wir uns mal in die ganze geschichte rein so und ich glaube tatsächlich gerne noch etwas größer machen wir hier oben wie lange ist das hin drei stunden wir sollten es nicht zu groß machen so 49 ist okay und es geht hier hat zwei tage drei stunden noch lieber minmus genau 141 meter pro sekunde das sieht gut aus dann haben wir noch 150 ungefähr übrig ist ja alles ein bisschen knapp ich gebe es ja zu ich gebe es ja zu ich gebe es ja zu jetzt hätte man alles etwas 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 eleganter lösen können und vielleicht sitzen die da jetzt auch fest obwohl ohne das modul ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm wenn ich jetzt irgendwie das ding angedockt habe und selber abdocke dann habe ich wahrscheinlich sogar wieder deutlich mehr delta v und komme vielleicht sogar noch nach hause damit maybe maybe also außer dass alle durchdrehen auf dem weg nach hause das ist aber ein anderes thema und feuerfrei und das alles nur um diese lustige kleine raumstation fertig zu bekommen aber wir wurden bezahlt wir wurden bezahlt die spannende frage aus meiner sicht ist ob sich das gelohnt hat ne 120.000 obendrauf offensichtlich hat es sich gelohnt wir sind nicht niedriger als vorher oder was hatten wir vorhin am anfang des streams an kohle ich muss das später nochmal in der aufzeichnung nachgucken ich hatte auch schon neun vorne ich glaube ja ich glaube wir werden hier mit gutem gewissen und plus minus null rausgehen können so next one Stunde 37 können wir noch verkraften ich muss hier ein bisschen aufpassen ich habe die großen solarparleter noch nicht draußen also langfristig vorher so ein botanikmodul hinzuschicken ich habe hier kleine botanikmodule dran also es ist nicht so als ob als ob hier nicht botanik funktionieren würde aber es ist erstmal die kleine variante wir haben auch einen farmer mit dabei also der meckes kümmert sich also wir machen hier tatsächlich schon sehr sehr super pflanzenwissenschaft zeugs jetzt bin ich bezahlt worden dafür hurray nächster step bodenstation aber ich brauche noch die ISRU sachen aber ich muss halt jetzt unbedingt die kohle zusammen bekommen für das dings das ist ist der stream gerade instrappel eigentlich nicht eigentlich sieht alles sehr gut aus so dann müssen wir mal gucken dass wir hier vielleicht bremsen ein bisschen dann schlagen wir ein sehr gut dann schlagen wir also offensichtlich ein so was wäre warum ist das denn warum kriege ich keine prognose hier für den nächsten Orbit aber ich will dich doch nicht überholen Digga verstehe ich nicht ich bin dieser grad komisch zu mir ok ok nehmen wir an ich würde jetzt hier hin warpen ok und hoch so und jetzt offensichtlich unterfliegt der mich ja massiv irgendwas irgendwas funktioniert in meinem Kopf gerade nicht mit dem Manöver jetzt ok doch so eine krasse Auswirkung dann machen wir das so 845.000 am anfang ok dann haben wir doch quasi seitdem monetieren gewinnen gemacht so dann müssen wir jetzt nochmal durchhalten bis in 2 Stunden 33 sieht gut aus ist nicht mehr weit hin aber so was sagen die restlichen Zeitfenster die sehen auch alle ganz ok aus so wir treffen uns mit der Raumstation ist das nicht wundervoll Tage dreht rum und wir haben noch 142 Meter pro Sekunde im Tank das dauert noch einen kurzen Moment aber wir sind gut im Anflug auf 700 Meter kommen wir ran wir kommen wir kommen auch scheinbar aus einer guten Richtung so gut dann ist das wahrscheinlich so und dann da rüber jawohl sehr schön dann bringen wir doch das ganze mal zu einer Begegnung 0,0 Meter klingt ganz hervorragend für mich oh ich bin in den Top 10 yay ich guck meinen Stream einfach nicht ausreichend oft so Set das Target sehr schön sehr gut also wir kommen hier wirklich vor die Haustür kutschiert das ist wirklich sehr sehr guter Anflug für das Docking was wir vorhaben wir müssen eigentlich nur noch das Neske korrekt hinhalten und uns freuen ah ich habe kein Schraubenzieher mitgenommen für den Neo ich hoffe inständig dass ich hier ich hatte ja glaube ich so ein Gatter mit Werkzeug dran ah ich hoffe ich habe da wirklich ein Gatter mit Werkzeug dran sonst kann ich das Ding nicht abbauen dann muss ich es zerstören hoffen wir das so halt nicht kommt so mhm da gehts lang so wer Docking Musik möchte jetzt ist ein guter Zeitpunkt Ausrufezeichen Docking scharf zu schalten so also also so ist so ist so ist meine Wahrnehmung na gut dann machen wir das mal so äh mesken da drauf so so und los geht's hätte ich gesagt und irgendwo sind die Translations nicht sauber aus ich hoffe ihr seid safe ja ok euch gehts gut dann passt das so also so auf geht's und wir müssen ein bisschen runter glaube ich ne ja so so ich glaube das kann schon mal raus aber hier sind wir auch schon zu weit rüber so so oder ticken tiefer wahrscheinlich noch aber wirklich nur ein Ticken so so damit sollte der Drops nicht eigentlich glutscht haben ah sieht gut aus sehr gut Ausrichtung der Solarpaneele ist auch so wie ich sie haben wollte so sehr sehr schön ok dann haben wir das dann können wir jetzt das Raumschiff umdocken tatsächlich in der Hoffnung dass wir nicht alle durchdrehen dreht ihr dann alle durch? ne dürftet ihr eigentlich nicht ihr seid nah genug dran ähm dann gehen wir nämlich jetzt mit dem Raumschiff rüber an den Dockingport ok sehr schön bis hier hin läuft's doch schon mal so ihr habt ja eigentlich die räumliche Nähe zack so ah ah das könnte richtig gut werden so vom Vorbeiflug her auch bestes Parkman-Level so far würde ich sagen so nice richtig schön richtig richtig schön so also jetzt müssen wir mal gucken ob ich ach ich habe hier so ein Käfig mit drin ich hoffe ich habe da Werkzeug reingepackt ich weiß dass ich so ein Käfig habe schauen wir mal das ist jetzt eigentlich die wirklich spannende Frage ist da ein Werkzeug drin ist da ein Werkzeug drin verdammt 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 ich habe da habe ich tatsächlich kein oh nein kein Inventory ne wir sind auch kein Inventory weil hier keiner mit drin sitzt ok dann habe ich tatsächlich das Werkzeug mitgenommen schade das ist aber nicht so wild ich meine wir können es auch erstmal wahrscheinlich einfach eingefahren lassen ja das passt da durch das passt auch im eingeklemmten Zustand ich brauche halt irgendwann mal Werkzeug sonst kann ich hier nicht arbeiten so fertig Fritz so so also Werkzeug muss ich Clipping wo ist denn hier Clipping hä ne ich klippe doch nichts das einzige was jetzt wäre wenn wir es ganz nah ran nehmen könnte es knapp werden mal gucken wie das aussieht Compressed Parts oder? das ist gerade genug ja Compressed Parts aber hauchdünn hauchdünn passt perfekt sehr schön sehr schön das sieht gut aus so der Kram funktioniert natürlich wieder nicht miteinander because of Gründe ach ich hätte gucken können ob die Verbindung hier drüben funktioniert ob man wenn man hier andockt tanken kann das wäre spannend gewesen hätte ich prüfen müssen hätte ich prüfen müssen dann müssen wir jetzt gleich mal mit Grimmel Schnee mit Wöller machen Meckes kann auch mal umsteigen schon und seine Wohnkuppel hier beziehen so jetzt haben wir hier aber auch richtig dicke Habitation würde ich sagen für wie lange für für wahrscheinlich ever oder durchdrehen Wöller ist schon zufrieden der Rest ist noch in einem Zustand von naja man könnte ja noch ein bisschen aber sind wir mal ganz ehrlich passt schon so Mulch Speicher ist bald voll also wir können gar nicht so schnell weg produzieren wie Mulch reinkommt aber das liegt an den kleinen Dingern okay ich würde jetzt nochmal hier drüben docken um zu gucken ob ich den Sprit hier rausziehen kann das wäre eine richtig gute Sache das wäre eine richtig richtig gute Sache aber ich habe es leider vergessen das vorhin nachzugucken weil hier klappte das ja nicht so ich müsste ja wieder nochmal umparken wo haben wir noch? wir haben noch genug das wollte ich nicht das wollte ich wegwärts raus nach links rüber äh ne tatsächlich haben Piloten und Scouts haben geringere Ansprüche an Habitation ähm die brauchen ich glaube nur ein Zehntel ich glaube ich glaube bei denen reicht das ähm was war das? ich glaube bei denen reichen 5 Jahre bei den anderen brauchst du 15 oder irgendwie so ich weiß es nicht oder 50 sogar ich weiß es wirklich nicht da müsste ich nochmal nachgucken im USIWG da stand das aber alles drin auf jeden Fall ja die Piloten und Scouts haben geringere Ansprüche an Habitation das ist halt neben dem dass sie Piloten sind zum Beispiel ähm ist das so eine der Grundbefähigungen des Piloten an sich dass er einfach da ein bisschen resilienter ist wenn er lange in einem Raumschiff eingesperrt wird der braucht nicht ganz so viel Platz so so Höhe sieht schon mal gut aus Entfernung oh das wird ein bisschen Gämmel aber ich glaube wir driften schnell genug nach hinten weg ja gut aus so dann docken wir mal kurz hier und schauen was passiert das Ding ist enabled für Crossfeed und er müsste hier jetzt eigentlich jeden Moment triggern ja sehr schön jetzt bin ich gespannt ob hier hier geht auch keine Verbindung das ist ja total witzig weil hier hier ist auch wieder so ein Teil dazwischen ich glaube es sind tatsächlich die USI Parts ich glaube es sind tatsächlich die also was wir brauchen ist letzten Endes dann ein Docking ich lasse ihn jetzt einfach da angedockt wir brauchen ein Docking Port hier dran weil das Ding kann transportieren witzigerweise hier kriegen wir auch für Oxidizer die Übertragung hin also wir müssen dann mal ein Docking Port noch mitbringen und ein Werkzeug damit wir das machen können ist aber okay alle sind glücklich alle sind erstmal glücklich wir haben Supplies für 302 Tage unsere Recycler laufen soweit auch alle ich guck mal kurz nach Sicherheitshalber jawohl und ein Vierter macht es nicht besser korrekt? korrekt ok sehr schön so jetzt können wir mal gucken hier ist irgendwas schaukelt sich gerade auf habe ich so das Gefühl so hier und hier ich lasse ihn mal kurz frei hier was SRS angeht damit er aufhört zu schaukeln zack 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 wenn wir das soweit leer haben können wir das Teil da hinten abstoßen aber ich krieg es noch nicht ganz leer gezogen ist noch ist noch da ist noch ein bisschen zu pleiß drin ne in der Kiste hier noch nicht ganz da hinten sitzt glaube ich keiner mehr drin ich würde aber auf jeden Fall nachgucken bevor ich die einfach abstoße keine Sorgen hier wird keiner einfach über Bord geworfen aber ich glaube die Universal Storage Parts sind die Parts mit No Fuel Transfer die wir das kaputt machen auch hier ist noch zu wenig ausgegangen also wir haben hier noch Supplies die werden wir natürlich erstmal aufbauen vorher wird hier gar nichts abgeschmissen aber hier sitzt auch keiner mehr drin meine ich ne alles ist gut hier können wir auch mal das Licht schon mal ausmachen also so das kann nämlich noch weg weil der Plan ist dass dann halt später hier an dem Part dran ist auch der Docking Port stimmt da müssen wir auch nichts umbauen dann können wir einfach rangehen tatsächlich und das Raumschiff betanken aber vorher rauchen wir auf jeden Fall erstmal noch das Essen auf bevor wir das tun so und jetzt gucken wir mal was die Zeit sagt die Zeit sagt 15 Tage bis dort hier können wir relativ guten Zeitraffer hinlegen glaube ich wir müssten hoch genug sein sieht gut aus so kommen wir der Sache noch gut näher was hast du an die Snacks gepackt? wer weiß wie die Essen zu sich nehmen bin ich Körgel Physiologe so da sind die nächsten 500 Science Punkte ja also 293 Delta V würden mit einem guten Abflugwinkel auch nach Hause reichen aber ich würde gerne dieses Fuel hinten aus den Tanks tatsächlich auch rausbekommen weil die Tanks eigentlich gar nicht an der Raumstation dranhängen sollen weil da würde ich später gerne mal mit Senior Docking Ports dann weiter bauen wenn ich größere Teile habe weil das ist die 2,5 Meter Ebene da bin ich jetzt technologisch noch nicht aber ich würde ich würde die Seite gerne frei bekommen irgendwie und dafür muss das weg irgendwann mal dafür würde ich gerne ich bin niemand der gerne verschwendet deshalb hätte ich da gerne den Sprit vorher abgepumpt so Wissenschaft ist fertig Transmit Signs jawoll so langsam wird es unanständig viel wir sind kurz davor die 2000 zu knacken ein Alarm für Supplies und Hap einschalten der passiert automatisch Mac ist also wenn wenn Live Support merkt dass irgendwas knapp wird zieht er dich aus dem Time Warp raus und und sagt dir Bescheid dass du dich mal kümmern solltest also die haben so einen gewissen Zustand in dem gehen die gelb so als eine Vorwarnung also bevor was Schlimmes passiert und dann wird der Zeitraffer auch unterbrochen tatsächlich ja also ja guter Gedanke passiert aber so oder so automatisch über Live Support oh wei bastle deine Bambusleitung spielt nicht mit du kannst auch runter stellen also ich habe Transcoding Options du kannst auch versuchen in hässlich weiter zu gucken ansonsten aber dir auf jeden Fall eine gute Nacht und Mr. Fangarde vielen lieben Dank für den Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten so Duna Mission check Yule Explorer sechs Tage na dann ist als nächstes der Yule Explorer tatsächlich dran mit einem Manöver und dann ist der Weg geebnet zeitlich für die Duna Mission ich glaube ich habe heute nicht zu viel versprochen das sieht wirklich gut aus es liegt nichts mehr auf dem Weg was vorher Probleme verursacht also außer dass wir wahrscheinlich noch einmal das Labor entleeren werden was eine gute Sache ist ja vielleicht will er es aber auch nicht in 160p gucken ich kann es auch verstehen also ich gucke manchmal auf dem Handy 160p das sieht selbst da ziemlich scheiße aus es ist halt so die Worst Case Option Moin Sunny Moin Sunny also ich kann das verstehen wenn das Netz so gar nicht mitspielt ich bin ja auch manchmal so leidtragende ich kann das verstehen ich kann das wirklich verstehen gleich haben wir es dann stopfen wir wieder neue nein das ist kein Standbild was? ich muss mir das kurz mal angucken was ist hier los? sehr schön ja I see what you did there ok so mehr Daten wir haben immer noch so viel Zeugs also immer noch zehn Experimente übrig das wird uns noch eine Weile begleiten die Wissenschaft die wir da mitgebracht haben was ich sehr sehr gut finde sehr 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 gut finde so wir machen schon mal Jump to Ship können wir uns die Kiste schon mal angucken selbst in 1080p ist bei mir Kerze klein das ist tatsächlich so dass ich spiele es halt ja eigentlich in 2560 x 1440 und skaliere es für euch ein bisschen runter ich habe aber glaube ich auch leider nicht die Möglichkeit ich guck mal kurz ob ich bei Kerbel Engine die Zahlen größer drehen kann das ist ein guter Hinweis das UI habe ich ja ein bisschen größer gestellt wir gucken gleich mal so hier hier Warpcoptern wir in Richtung in Richtung Joel der Sektion die 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 ich kann es hin und her schieben prinzipiell eine gute maßnahme beim misc wo sieht ihr sonstiges also wo sieht ihr misc angeles selected category ach verrückt ach verrückt das ist ja auch von hinten durch die brust ins auge gelöst ich glaube so gewinnen alle nachher oder so ist es glaube ich ein bisschen angenehmer auch zu lesen in eurer auflösung und ich kann es jetzt auch ohne brille lesen ist doch super sehr schön danke dass ihr mich dort hingeführt habt das ist ja sehr 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 gut versteckt sehr gut versteckt so hier haben wir unser nächstes manöver mit dem wir uns quasi in einen advanced vorbeiflug geben wollen da würde ich sagen timewarp ich jetzt mal hin wir haben ja zeit unser signal sieht auch noch gut aus das ist übrigens unsere unsere antenne und ich hoffe dass sie das tut was sie in ksc gesagt hat und nicht das was sie jetzt hier draußen plötzlich sagt aber bisher sieht es gut aus signalstärke 94 prozent wenn es dabei bleibt ist alles cool aber hier hat es plötzlich nur noch ein 50g kombinable das wäre deutlich zu wenig aber wir sind schon fast naja wir sind halb auf der umlaufbahn von dres mal gucken vielleicht verlieren wir auch den kontakt zu der sonde das wäre ärgerlich aber so so und dann wir haben die kontrolle von volles matt hochfahren damit wir hier auch bürgen können und los geht's witzig ist wie das ding gimbalt mit diesem kleinen hydraulik stangen eine stunde bürger das war runter das skaliert also alles gut jetzt sind wir natürlich ich habe die die power vom reaktor hochgefahren wir sind jetzt also in einem etwas besseren bereich unterwegs aber ein paar minuten dauert es trotzdem ein paar minuten dauert es trotzdem wir sind halt noch sehr sehr low tech für so eine nummer deshalb fliegen wir hier mit dem besten was wir hatten das ist unser candle trieb weg das ist leider weder besonders groß noch besonders leistungsfähig aber naja es bringt uns dahin wo wir hinwollen sagen wir es doch einfach mal so es bringt uns dahin wo wir hinwollen ich vertreibe mir ein bisschen die zeit falls ihr gefragt was ich hier gerade tue so genau hatten wir alles schon aber das waren eher so drei stunden dann die Ionenburns so jetzt die Entwicklung sieht auch gut aus also die Radiatoren fahren jetzt langsam hoch aber bevor das ding genug hitze entwickelt hat ist der sechs minuten burn auch schon vorbei so und dann geht es nach duna also für den hier planen wir natürlich auch noch mal ein neues navigationsfenster ein aber sind wir alle ganz ehrlich das wird noch eine weile dauern zwei jahre 147 tage da ist schon das nächste duna fenster an uns vorbeigegangen bis dahin wird also alles noch ein bisschen dauern aber wir sind auf einem guten weg wie gesagt ich habe ein bisschen angst vor der antenne weil die wurde im in der fab wurde die angezeigt mit 1 terra hier hat sie noch 50 g wenn die wirklich 50 g hat und nicht das was sie in der fab angezeigt hat dann haben wir ein problem weil 50 g werden uns nicht nach da draußen tragen wir sind jetzt schon bei 94 prozent signalstärke das kann reichen mit einem schwachen signal bis dann raus wir werden sehen wir werden sehen ich kann es im moment nicht wirklich sagen mal gucken mal gucken aber es wäre schade wenn es an der falschen anzeige in der fab scheitert weil dann hätte ich eine andere antenne mitgenommen ich habe einfach gedacht das sieht ein bisschen witzig aus mit dem propeller oben drauf und b ist es halt eh eine antenne da bietet es sich an wir können sonst mit den dingern ich glaube die sind kombinable mit denen können wir noch mal ein bisschen uns boosten nachher vielleicht mache ich die auch einfach an die teile das ist auch eine relay oder mal gucken ob diese sample return probe geschichte funktionieren wird das ist alles sehr sehr experimentell aber wir werden sehen wenn es funktioniert ist es episch wenn es nicht funktioniert naja dann war es zumindest ein versuch wert da ist immer noch gut ok was ähm temperaturen geht so eigentlich war hier hatte ich irgendwie so einen ganz wilden swing by gebastelt auf den wir uns gerade zu bewegen genau da sind wir jetzt gerade und unser plan ist quasi hier schon mal vorgemalt also für alle die es damals nicht mitbekommen haben als ich das angeflogen habe wir werden ein swing by an late fliegen um uns hier schon mal ein bisschen abzubremsen und dann während eines ich glaube wir sind noch nicht mal im encounter ich bremse dann einfach selber hier nochmal ab mit 104 delta v ähm um dann gefangen zu werden auf eine relativ hohe umlaufbahn also die fast polar ist weil wir dann haufenweise flybys erzeugen können in der hoffnung dass wir uns so nach und nach nur raus drücken das wäre so der plan mal gucken mal gucken ob das nachher alles so funktioniert aber wenn wäre es cool wenn wäre es sehr sehr cool also tylo schießt uns dann quasi nach oben in so eine fast polare umlaufbahn und dann könnten wir immer so nach und nach nach außen und nach innen gehen beziehungsweise eigentlich arbeiten wir uns von innen nach außen wir hätten dann nämlich schon ähm äh lave abgehakt ich weiß nicht ob das für ein close encounter reicht ich hoffe es aber so und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen dass ich mich nicht totquatsche während ich fliege so sehr kleines triebwerk hat auch seine vorteile das klappt jetzt nämlich sehr exakt guckst guckst ist nicht zu 100 prozent das was wir fliegen wollen jetzt muss ein bisschen aufpassen der fliegt uns jetzt in die richtung ich muss ein bisschen die andere richtung zurückdrehen weil wir kommen jetzt tatsächlich wir müssen jetzt müssen wir sehr sehr exakt arbeiten denn so wird das ein sehr hässliches encounter mit live also es wird ein sehr gutes encounter aber leider auch ein sehr schmerzhaftes ich regel das jetzt hier mal ganz ganz runter so und jetzt müssen wir sehr vorsichtig arbeiten mit dem ding so ist es nämlich nicht gut das müssen wir jetzt ein bisschen zurückdrehen die uhr die richtung also muss es doch jetzt die richtung sein jetzt kommt auch was oder schauen wir mal ob wir das manöver wieder kriegen das ist ein bisschen korrigieren jetzt please ganz vorsichtig so wir müssen auf ungefähr 90 kilometer erst mal runter den genauen vektor können wir noch mal ein bisschen kontrollieren was mache ich da ich bereite einen flyby in zwei jahren vor an live in der hoffnung wo will der hin lustig lustig ich muss jetzt mal ein bisschen rumprobieren das ist die falsche ebene ok ok jesha so ich will den erstmal nur auf den 90 kilometer haben den rest können wir wie gesagt nachher noch am ende an flug korrigieren was zur hölle war das denn erst gar nichts und dann so ruck okay 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 so ein ganz eigenartiger schritt von quasi kein schub zu ich bin einmal um das gesamte sonnensystem geflogen irgendwo an dieser stelle gibt es so eine ganz magische einstellung okay ich lasse das jetzt erstmal so das hilft gerade nichts so ein bisschen mit den kalkulationen korrigieren und zwar würde ich sagen wir machen dann nochmal hier wenn wir reinkommen in zwei jahren eine korrektur 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 Das gibt es nicht, diese Mikrolex mal rein, fertig, ne? Bei so Banuva-Kran sind die sehr unschön. Ich habe auch keinen Stress damit, ein bisschen tiefer zu gehen, dann sind wir nämlich auf jeden Fall safe in einem Close Encounter. Die Frage ist, was macht das hier hinten raus mit unserem ... So, wir kommen hier wieder raus. Ich bin zu hoch, ne? Okay. Kann ich das jetzt nach unten korrigieren? Dann kann ich ... Okay. Das ist doch ganz gut. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir halt mit dem ... Mit dem Close hier muss ich nachher ... die Laufbahn von Val halbwegs treffen ... Ne, von Tilo, Entschuldigung. Von Tilo wollte ich mich einfangen lassen, richtig ... So ... At least close enough ... So ... Ey ... Ehrlich ... 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 Um alles andere mache ich mir super, super wenig Sorgen, muss ich sagen. Aber was soll passieren, schlimmstenfalls? Landen und enter die Atmosphäre, Science Data from Surface of Doona, jup, 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 jup. Das Schöne ist, bei der ersten Probe braucht man nicht wählerisch sein, die kann einfach irgendwo landen, weil das erste Biom ist immer frisch, danach müssen wir uns anfangen Kopf zu machen, deshalb würde ich da jetzt einfach mal die bestmöglichen Bedingungen wählen, nämlich hier vorne die Seite, wo ich sicherstellen kann, wir sind die ganze Zeit von Körben abgedeckt, weil wir haben jetzt hier den Umlauf, wo wir die ganze Zeit Funkverbindungen haben. Wir haben Licht, also eigentlich ist es gerade ideal, auf dieser Seite von Doona zu landen. Schauen wir mal. Okay wir können auch mehr ran, ich schicke mich immer noch von der Biobstens weg mit dem Antrieb immer noch. Bapapapapa. Bapapapa. Der hat sich gemessen. Bapapapa. 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 Bapapa. Bapapa. ok ich denke so können wir es lassen das ist relativ rund die ganze geschichte und jetzt hätte ich gesagt beginnen wir direkt mit der landung von einer von den kisten und ich wähle dich please don't explodieren also wir könnten die dinger mal auf 75 grad vorfahren obwohl ich habe da oben noch die anderen antennen drauf das sollte eigentlich gehen also ihr seid noch lockt ja ja das erklärt einiges so 75 grad tatsächlich könnten wir eventuell sehr viel besser dastehen als ich dachte ich habe total vergessen dass ich hier vorne diese antenne auch noch habe spannend so strom ist mehr oder weniger voll was ist hier alles drin ich muss noch mal ich muss noch mal kurz erkunden wie zack zack strom forschungskorm was ist in der mitte ah da hatte ich sogar ein kleines solarpanne mit reingepackt für die landung unten sehr schön meine güte meine güte ich habe an alles gedacht hoffe ich ok freunde dann setzt du das let's do this so ich meine wir haben eben ein bisschen zeit uns zu bewegen das heißt wir können das aktivieren und jetzt bremsen wir uns in ein landeranflugschiff schon mal rein ich würde sagen ich peile jetzt einfach mal die große fläche an und ich gehe hier hinten so hin weil die kiste dreht sich noch ein bisschen ich fliege noch ein bisschen insgesamt passiert einfach ein bisschen was so dann haben wir jetzt nämlich ein bisschen zeit uns damit zu beschäftigen diesen ganzen kram hier zu aktivieren und zwar machen jetzt erstmal eine antenne schon mal an so die dinge die bekommen auf jeden fall eine ordentliche bremswirkung hoffentlich ich hoffe das passt da müssen wir halt ein bisschen gebremst haben dann können die dinge übernehmen und der hier geht in den vordeploy auf 5000 meter höhe das ist uns einfach ein bisschen treibstoff spart und mehr geht es dabei gar nicht so die teile hier ich hoffe sie überleben den wiedereintritt dann aber eigentlich ist der plan relativ stark zu bremsen dann wir werden sehen das ist jetzt unsere erste probe das ist natürlich auch die most tricky probe wenn wir mal ehrlich sind die wird uns hoffentlich mit der können wir den magnetometer scan machen oder den brauchen wir doch eh für so das gab auch schon mal ordentlich wo stehen wir eigentlich kohlemäßig wir haben richtig verdient mittlerweile 1,85 sehr gut so orbiter sway of duna beinhaltet ein magnetometer scan data from low orbit above duna check werden wir tun den können wir dann raus senden das heißt wir können das magnetometer schon mal toggeln und dann ja erstmal in richtung low orbit unterwegs sein also low space high ist es ja noch im moment wir müssen space low und dann dann passieren auch sachen so wie verhalten wir uns zu dem oh das wird schwierig ey ich hoffe das passt ich hoffe dass wir schnell genug abstürzen aber das sollte eigentlich hinhauen sogar in space low sehr schön so jetzt in space low machen wir mal unsere science sachen das ist hier einmal schon mal für den ab nach hause damit ein bisschen aufpassen mit dem strom ne warte mal jetzt gerade kannst du dich noch gut aufladen ich muss das nur gleich ausmachen können wir irgendwas davon noch material studies für unten temperature scan das ist alles für unten ok erstmal nichts weiter ok ich guck dass hier ein bisschen strom noch rein kommt zu lange ok der hat gezählt sehr schön also ja das können wir jetzt mal zumachen kurz ich konzentriere mich jetzt erstmal komplett auf die landung ok der mimi hat sich ein körbel gekauft so so der nächste auf der warteliste ok wie sieht es aus wir werden gleich eh noch ein bisschen bremsen müssen sieht aber gar nicht schlecht aus dass wir jetzt in reichweite von dem ding unterwegs sind ok so wir müssen rechtzeitig den arm da wieder rein nehmen jetzt zum beispiel es passieren komische dinge ok so und jetzt hoffen wir das beste ehrlich gesagt wir sind eigentlich langsam genug dass das hier keinen stress geben sollte wenn hitze effekte und so weiter kommen ich weiß gar nicht ob ich jetzt schon bremsen würde im moment tatsächlich noch nicht wenn irgendeine antenne oder so tendenzen hat abzubrechen dann würde ich was machen aber im moment sieht es noch ok aus die fallschirme sind auch gelb das erste jetzt erstmal nicht super gruselig ok der hauptfallschirm ist rot gegangen ich bremse jetzt mal ein bisschen runter ich will nämlich die bremsfallschirme safe haben bevor wir den 9 km nahe kommen auch immer und ohne die wird es schwierig ich weiß nicht ob das nicht ein bisschen spät war das waren die antenne also reaktionen für die nächste probe schon mal sehr viel zeitig über das bremsen anfangen ich weiß nicht ob ich die bremsfallschirme noch safe kriege die sind richtig schnell fallschirme sind gelb das könnte passen ok fallschirme sind safe das war ganz schön knapp ja das kleine triebwerk ist sehr sehr laut vor allem ist das eine unangenehme frequenz muss man auch sagen so so ich mach jetzt mal aus in der hoffnung dass die fallschirme safe bleiben und ich jetzt auch mit dem luftwiderstand eigentlich ganz gut unterwegs bin eigentlich ganz gut unterwegs bin come on come on come on so pre deploy ist raus ich werde sehr viel langsamer sehr gut das sieht schon mal nicht schlecht aus aber ich die antennen war schlecht aber die kann ich drin lassen glaube ich beim nächsten mal so das hilft schon mal einiges strom sieht auch gut aus hauptschirme so hauptschirme sauber raus das wäre schon auch eine sehr gute Geschwindigkeit sehr sehr angenehm den Rest kann auch nicht bremsen es ist ein bisschen steil hier ich hoffe das ding bleibt stehen ehrlich gesagt für die erste probe läuft es relativ okay und wir haben gerade auch ein ideales fenster eigentlich also auch der abstieg aus der höhe klappt super gut mit der probe auf also mit der relay probe auf 250 kilometer höhe das sieht auch okay aus jetzt schauen wir was passiert wenn der in der fallschirm gleich in full deploy geht 1500 hatte ich glaube ich gemacht oder 1400 irgend so was albernes naja hilft ein bisschen gebraucht wird auf jeden fall noch mit dem triebwerk dass wir nicht so stehen können ich glaube die impact tolerance der der beine ist 12 meter pro sekunde wir haben ganz schön hang mal gucken das ding flippt sowas von oder das reaction wheel war gold wert ehrlich gesagt das war gold wert also dieses starke reaction wheel also verhältnismäßig starke reaction wheel war eine sehr 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 gute investition für solche abhänge wir stehen wir stehen erste aktion solarpanel raus das egal auch wenn wir jetzt gleich kontakt verlieren dann können wir die probe später okay knappe nummer insgesamt hatte ich mir alles ein bisschen entspannter vorgestellt aber erste landung steht erste landung steht sowas von eins von drei leute touchdown confirmed explore duna we have taken our first step to exploring duna und landed on the surface of duna jetzt würde ich noch einmal zurück gehen ins 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 äh ksc gleich kurz gucken wo habe ich meine probe reingeklemmt hier muss das irgendwo sein oder das ist die faire strafe für sowas die faire strafe ist sie nicht wieder zu finden bekommen die bekommen die strome ja hier ist energy flow der bekommt auf jeden fall strom also die probe ist knapp am entladen aber die hat relativ viel puffer fuchs ich gehe jetzt erstmal nochmal auftrag gucken dann machen wir hier weiter ja irgendwie die oberflächentexturen zappeln so ein bisschen ne ha da fällt mir ein stein vom herzen dass das schon mal geklappt hat also erste von drei steht jetzt gucken wir mal ob es dazu noch irgendwelche folgeaufträge gibt und dann beginnen wir seins zu machen das machen wir auf jeden fall weil wir werden zurückkehren und tut vessels docken also wir haben ja diese kralle das werde ich auf jeden fall in irgendeiner form machen dann nehme ich mit why not ok dann wieder ab nach duna zu unserem gelandeten raumschiff make science great again genau so sieht es aus jetzt hoffe ich dass wir mit der kiste dann aber auch einen sauberen reorbit hinbekommen das ist relativ knapp muss ich sagen wir haben ein bisschen puffer aber so super monster mäßig viel ist es halt auch nicht und wir sollten jetzt zusehen dass wir starten bevor wir den kontakt hier mit ihm verlieren also unsere science machen und dann starten damit wir ihn wieder anfliegen können soweit es geht unsere science abliefern und dann die nächste probe auf dem nächsten biome landen nachdem wir hier alles soweit abgehakt haben mal gucken wie gut das funktioniert das ist ja der plan von diesen probes genau die fliegen da hoch werden mit der kralle eingesammelt und denn sollen die hoffentlich irgendwie wieder zurück kommen crazy gute nacht wünsche ich dir duna los lade duna hab dich nicht so ok nicht umkippen probe nicht umkippen nicht umkippen ok alles klar lasst uns wissenschaft machen log also impact events nicht mit dabei deploy 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 ganz viele ganz wichtige daten für unsere erste kolonie noch strommäßig sind wir auch noch safe noch strommäßig sind wir auch noch safe so die können wir dann später nochmal benutzen wenn wir immer bei aussehen aussehen junior vielen lieben dank für den resub dankeschön das das ist nur eine batterie sind wir einmal durch mit allem einmal alles please so wie weit ist unsere rakete noch weg schaffen wir das noch das schaffen wir noch ok schnell hässlich starten 2,29er trust weight ratio sollte passen schaffen wir tschakka vorher machen wir aber die rakete wieder aerodynamisch und dann würde ich sagen los geht's go 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 so so wir müssen zurück zu unserer ja je nachdem von welcher seite man guckt ne es ist entweder das ganz cool oder oh gott das ding hat 40 grad neigung das ist schon also ohne die eingestellten beine auf please don't explode wäre das glaube ich nicht so gut gegangen das ding wäre einfach stumpf umgekippt so ich denke mal steigrate sieht schon sehr gut aus ok geschwindigkeit gehen sehr gut wir sind unterwegs zurück in den orbit wir müssen jetzt gucken dass wir natürlich hier zu der kiste wieder aufholen also in letzter instanz wird das hier unser ziel sein ok jetzt schon was passiert so wenn wir hoch genug fliegen also in der upper atmosphere werden wir die beiden den dinger nochmal deployen und uns noch ein bisschen sein zu um es ist der Jetzt bin ich los aus der Sphäre. Ich glaube, ich bin ein bisschen flach gestartet und ich habe auch irgendwie das ungute Gefühl, dass ich Funkverbundene verloren habe. Warum? Irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob das Ding abgerissen ist oder so. Ich weiß nur, ich habe die Funkverbindung verloren. Ich kann gerade nichts machen. Ärgerlich. Super ärgerlich. Ich weiß gerade nicht, warum die Duna mischen muss irgendwie gerade. Vielleicht ist der Mond im Weg oder irgendwas Dummes. Auf jeden Fall schieße ich mich wahrscheinlich mit dem Ding hier jetzt gleich richtig ins Nürnchen. Sip und Ionisierung könnte natürlich auch sein, ja. Also ich muss auf jeden Fall steiler starten. Okay, aus, 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 Digga. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn zumindest mal insofern, dass ich noch 29 Meter pro Sekunde habe. Kriege ich die noch so weit gebremst? Mit 29? Im Leben nicht, aber dass wir ein Orbit draus machen können. Der kommt auch nicht mehr zurück. Okay. Das heißt, wir können unsere Signs einfach mal stumpf übertragen. Ja, ich denke mal, der Plasma Blackout wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ihr habt recht, dass ich einfach zu schnell geworden bin. Also ich muss das nächste Mal steiler starten. Genug Delta V sind da. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, diese Dinge auf jeden Fall übertragen. Und ich kann auch schnell gucken. Deploy Goobay. Open Bay Doors. Komm, 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 wenn du dich richtig beeilst. Observe Mystery Go. Ah, der hat das überschrieben. Ah, nicht gut. Ich dachte, er kann noch ein zweites. Okay, Review Data. Den können wir raussenden, wenn ich mein lustiges Solarpanel deployed habe. Ich muss den erst senden. Ich kam ja eh nicht mehr zurück. Von daher kann ich die Zeit jetzt auch nutzen, um zu senden. So. Ich muss ihm partial. Nee, wenn es nicht klappt, soll er abbrechen. So, los geht's. Klickt er das durch? Klickt er durch. Was los? Warum funktioniert denn mein YouTube nicht? Was ist hier los? Was ist denn hier los? Siehste? Ah, ich glaube, ich habe das auf einer automatischen Message. So, das kann auch noch raus. Zack. So. Dann können wir jetzt nochmal mit Trill Spay machen, mit Space Near. Yes. Und dann können wir das von der anderen Probe nochmal. Ah, shit, dass ich das in den Highlands jetzt überschrieben habe. Bisschen ärgerlich. Und moin, Kühlface. Tja, jetzt können wir das alles noch übertragen. Einfach alles raus. Eastern Canyon, okay. Okay, also ich bin noch nicht mal in den Highlands gelandet. Oh, das wird wahrscheinlich jetzt schwierig mit der Übertragung. Ob das noch durchbekommt. Das könnte knapp werden. Okay, aber wir haben auf jeden Fall 50.000 gekriegt vom Easter Canyon. Eastern Canyon, nicht vom Oster Canyon. Wichtiger Unterschied. Für alle unsere lustigen Englischlehrlinge. So. Na klar. Das habe ich so auch verdient gehabt. Ähm, Sonne ist aber sauber ausgerichtet. Nachher geht's auch. So. Sonne, check. Strom lädt. Müssen wir jetzt hier ein bisschen warten. Dann können wir das nochmal probieren mit dem Science übertragen. So, hier ist glaube ich alles soweit raus. Das heißt, ihr könnt zoomen. Ja, im Prinzip können wir hier nochmal, doch, hier könnten wir, müsste wir nochmal beobachten, ne? High over. Kann man ja senden. Oder bringen wir es nur zurück? Ah, schwierig. Ne, das will ich mir nicht versauen. Wo fliegt die Sonne eigentlich hin? Weit weg, vermute ich. Erstmal in die Sonnenumlaufbahn und dann... Who knows? Äh, irgendwo zwischen Duna und... Trace. Da wird sie sich dann irgendwann finden. So. Wir können jetzt aber mal festlegen, dass die Kiste hier eine Weile braucht, um wieder aufzuladen. So, ich glaube, ich glaube, das Ganze wird jetzt einfach mal eine Weile dauern. Was der sich wieder aufgeladen hat. Den werden wir, glaube ich, später mal besuchen. Wie geht's in der anderen... Wie geht's in der anderen... Der anderen Party hier? Gut, solange der noch im Umlauf ist. Wir können jetzt mal starten. So, und wie gesagt, Ziel ist es natürlich, wenn wir das alles gut hinbekommen... Mit der vierten Probe dann Icke zu machen. So, diesmal machen wir mal folgendes. Wir fahren sie nicht alle aus. So. Deploy Primary Base. Der kann erstmal auch noch raus, solange wir im Orbit rumgurken. So, und dann... Machen wir uns mal bereit... Achtung, das wird gleich wieder ein bisschen hässlich vom Geräusch hier. Machen wir uns mal bereit für die nächste Landung, hätte ich gesagt, ne? Ah, ein bisschen geht noch. Wir warten noch einen Moment. Wir machen das auch mit der Landung ein bisschen steiler diesmal. Ja, obwohl... Zu steil sollten wir das nicht tun. So, gucken wir irgendwie in eine gefährliche Richtung? Nein. Dann los. So, und nicht wieder in den euren Canyon reinschrabbeln. Wir nehmen jetzt mal hier irgendwie diese Gerustfläche. Okay. Check. Und dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. So, ich mach jetzt mal die... Hä? Ach ja, das Photovoltaic Erray ist natürlich ausgefahren. Alles gut, du hast komplett recht. Lustiges, kleines Gerät. So. Möglichst flach. Ja, genau. Auf Duna relativ flach wegen den Fallschirmen, weil die so spät kommen. Ich glaube tatsächlich ein bisschen später schadet gar nicht. DasselST mal eine Oma hin ... Boop, 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 boop. so und dann sollte aber auch bis 5000 er hier runter gebremst sein das war ein ganz anderes problem so let's have some fun kühler funktionieren unterschiedlich gut in atmosphären und ohne atmosphären ich weiß gar nicht das steht aber glaube ich irgendwo bei den werten auch mit dabei meine ich habe ich mir zumindest mal eingebildet so ok wir sind ganz schön schnell wieder das ist jetzt prinzipiell erstmal nicht ganz schlimm aber wir sollten ein bisschen abbremsen ich würde ihn aber noch ein bisschen tiefer in die atmosphäre gehen lassen vorher so bei 40 km lege ich mal eine bremsung ein so ein zwischenburn 40 km atmosphären höhe ganz so schnell reinkommen ich bremse uns mal so bis auf 900 runter gucken ob das irgendwie hilft und ich schaffe ein bisschen oberfläche schauen wir mal wie das unseren abstieg verändert immer noch recht schnell ne so mal gucken dass wir hier nicht die kontrolle verlieren ich weiß es nicht ich glaube meine ja meine tendenz ist zu bremsen sagte ich wollte ich gerade sagen aber hat sich dann auch von alleine geklärt ich würde jetzt in die die hacken um den fallschirm safe zu kriegen also das mit den antennen funktioniert gar nicht im abstieg das ist da müsste ich zu viel sprit rausblasen der würde mir dann beim wiederaufstieg fehlen so ich muss jetzt die bremsfallschirme safe bekommen ich glaube das klappt aber es würde mich sehr wundern wenn es nicht funktioniert gelb sind sie und er bremst jetzt von alleine okay ich nehme jetzt schwung raus also ich nehme jetzt streetwerk raus das soll er jetzt alleine machen die bremsfallschirme sind safe und die haben richtig gut funktioniert es ist witzig wie sehr man auf der facecam sieht dass mein bild gerade sehr rot ist ich glaube solarpanel ist schon tot oder noch lebt es richtig gut danke für den hinweis es scheint sehr sehr viel stabiler zu sein als die antennen und rabenherz es gibt im usi set tatsächlich landebeine mit denen kannst du dich verankern ja so bremsfallschirme check now comes der hauptschirm sehr gut sieht auch gut aus so wir gehen in den midlands runter die sollten wir also nicht nochmal treffen und klopfer vielen dank für den resub im dritten monat und ganz herzlich willkommen in der bronzklasse der raketen hast die holzklasse erfolgreich hinterlegen lassen ich traue mich jetzt mal ein bisschen zur zeit raffeln bis zum full deploy hier sieht der boden auf jeden fall schon mal ein bisschen besser aus ich brems mal ein bisschen später weil wir haben den schirm immer noch auf 4000 metern höhe krass so trust rate ratio ist bei knapp zwei ok also ich kann relativ hart bremsen das bisschen schub was ich hier noch brauche so groß ach bitte nicht jetzt microlex auch die geil das ist nicht warm das hat einfach fürchterlich geleckt gerade in dem moment tja das ding starte ich wohl nicht nochmal aber die landung gilt ah supergeil vom leck gefressen worden ok ist egal es ist wie es ist die kiste ist da sie funktioniert und wir haben das nächste biom erobert so sieht es nämlich aus wir müssen ein häkchen haben midlands eastern canyon check super ärgerlich aber es ist wie es ist die kiste steht die kann dann hier auch bleiben so jetzt ein bisschen aufpassen mit dem mit dem strom sieht aber ganz gut aus so was schwierig wird wird gleich die es ärgert mich dass mich so ein leck gerade gefressen hat rettungsmission hä warum sollte ich eine rettungsmission für eine probe machen so zeig nach hause so und jetzt last but not least genau immer auf die technik schieben so jetzt müssen wir gucken wie wir das machen in der theorie müssten wir damit durchkommen wir machen einfach ein partial transmit start klar so raus damit schauen wir mal wie gut das klappt die haben noch ein complete mit drin ne tiktok das wird schief gehen sie die 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 so jetzt habe ich aber natürlich schön mein akku damit leer gezogen gucken wir mal dass wir das stück für stück rausbringen ist jetzt auch egal das wird jetzt halt einfach eine weile dauern so müssten aber ganz gut das srs hier ein problem auf der schräge aber hier ist bei der kiste ist es halt auch egal wenn sie umkippt jetzt ist es und effekte jetzt ist die kiste weg oder kein relay mehr überträgt jetzt weiter er ist raus ok nicht space center bad hier oben hin gut wir sind hart an der zeit aber ich würde sagen die duna mission schließen wir jetzt noch ab und landen noch die dritte prog das kriegen wir noch hin und dann ist für heute nämlich auch genug kurt gute nacht dir schon mal ich würde sagen den machen wir noch die eine landung oder das wollen wir jetzt also ich will es auch noch sehen dann haben wir nämlich die duna probes geschichte abgeschlossen und können uns damit beschäftigen beim nächsten mal icky zu erforschen so dann hätte ich nämlich gesagt hier irgendwo hin also to boldly go hat gezündet also war es wahrscheinlich tatsächlich der effekt dass wir diese wie soll ich das sagen diese world's first things booms halt einfach schon als science gegolten hat von duna was ein bisschen schade ist aber jetzt halt nichts machen ist halt so so letzte vielen dank für den donate ans haus der kleinen forscher dankeschön wir werden uns mal in einen kleinen orbit begeben mit der kiste hier so so hätte ich gesagt können wir doch eigentlich jetzt schon mal runter ne wir wollen mit der jetzt woanders hin ich hätte gedacht was haltet ihr denn von diesem großen krater das wäre doch eigentlich eine ganz gute Maßnahme das sollte safe ein anderes biome sein so 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 why are you doing this to me? es müsste gleich wieder relayen ja Gott sei Dank genau auf den Punkt und jetzt müsste der hier nämlich auch an Ike vorbeigezogen sein ja ok ich glaube wir können die orbiten ich gehe das Risiko jetzt ein schön der dicke Mond sich im Wege schon und jetzt so und ich hoffe in diesem Becken hier dass wir da ganz gut landen können und nicht drauf gehen ganz schön weit von der Probe weg ey sowas von relayen Netzwerk ja da gebe ich dir komplett recht so ich hoffe das ist was anderes mit Land C ist was anderes mit Land C hoffen wir dass es passt hoffen wir dass es funktioniert mal sehen ich traue mich ich weiß nicht ob ich mich traue die Dinger hier einzuziehen aber sonst verliere ich sie eh ne eigentlich müsste es klappen auch ohne dass sie ausgefahren sind aber ich lasse sie jetzt einfach draußen das interessiert einfach keine Sau das ist halt so so das Ding kann rein das kann zu los geht's Rasta gute Nacht so Atmosphären Treffer Check ich will nicht auf 40 nochmal zwischenbremsen vielleicht will ich auf 35 zwischenbremsen diesmal ich muss echt aufpassen mit dem Sprit diesmal das ist reichlich knapp ich gehe an die 600 ran und mache dann aus in der hoffnung dass das halbwegs passt so wie ist die Höhe hier die Höhe ist relativ ähnlich ok internal broken hurray hurray aber deutlich später diesmal die Verbindung ist auch noch bei einer guten Signalstärke ok ich bremse jetzt nochmal ne ah die falschen sind safe ich muss nicht bremsen Fallschirme sind gerade safe gegangen come on oh hier sind Wolken nicht abgefahren come on Fallschirme tut euer Ding tut euer Fallschirm Ding sehr gut die Sequenz ist aber auch sehr optimiert mittlerweile kommt auch ein Fallschirm nach dem anderen raus eieieiei ok das sieht soweit alles ganz gut aus jetzt gucken wir dass wir die Landung noch hinbekommen ohne alles kaputt zu machen boden boden sieht relativ ebenmäßig aus ich glaube eine leichte schräge ist drin aber ich glaube nichts wirklich schlimm schlimmes wenn ich das richtig sehe wir sind diesmal auch in deutlich dickerer Luft merkt man auch schon an der Geschwindigkeit also dadurch dass wir weiter weiter unten sind tiefer ist die Atmosphäre dicker und wir haben direkt mal vier Meter pro Sekunde weniger drauf ok Boden sieht also soweit ich das einschätzen kann ist wirklich fast keine Neigung da ich würde sagen die mit abstand beste Landung so far auf Duna und damit haben wir Duna Props abgeschlossen oder?